du wirst mich auslachen ich habe heute nachdem ich gestern noch mal meinen rechner ausland gebaut habe also ausland gebaut übertrieben von innen ausgesaugt habe weil ich ja leider in meinem arbeitszimmer rauche habe ich jetzt die wände und die filter von dem rechner sitzen gerade an der spülmaschine wenn die spülmaschinen fest sind dann kann man das durchaus tun das ist klar so metall die werden nur 65 grad aushalten oder so neue spiel also als erstes für jede jene der vielleicht drin sein sollte und zuhört passport ist winter klein geschrieben ich mache mal auf 20 player wenn das überhaupt schafft und wir nehmen was ich gesehen habe 16 bisher so viel kommt doch wenig hier einmal in der liste meine ich ja ich weiß nicht was das spiel verträgt ich habe keine ahnung gut ja so ich nehme das mädel und wir stellen auf normal oder ganz versuchen herausforderung ansonsten haben wir ja immer noch unseren spielstand wo man dann halt noch ein bisschen entspannter angehen können ja für unseren eigenen ja ja wir reden jetzt heute von den community tag so ich starte erlebt ja ich denke du kannst rein wobei ich schon vorschlagen würde dass man gleich hier für die erste nacht wie man es bei uns im spiel gemacht haben erst mal da die base hinklatschen dass man überhaupt erst mal den ersten tag über leben ja eventuell schon mal ein bisschen was upgraden können falls wir genügend zeit zusammenkriegen was jetzt die fallen betrifft dann kommt man das mein Kaninchen dann kommt man das zeitgeber dann kommt man das zurück dann kann man das ein bisschen mit ein bisschen zu geben dann kommt man das lange vor dem linie und dann kommt man das dann kommt man das einen Charakter konnte ich gar nicht auswählen, das macht er ja automatisch. Nö, ich konnte auswählen. Aber bei mir, wenn du einsteigst. So, ich hab das mal als Tutorial aufgenommen. So, dann werden wir erstmal hier ein bisschen Blut geben. Ja, bleibt ja nichts übrig, ne? Ne, wir brauchen ja auch erstmal ein Seil für die Axt und das Zeugs. Nö, da brauchst du kein Seil, da brauchst du Steine. Na gut, ich muss jetzt dann einen Busch ranholen. Nö, ja. Das ist doch blöd, ich könnte durchaus ein bisschen eher beginnen. Echt um neun ist, stimmt. Oh, das lässt aber nicht viel Zeit. Ja, eben deswegen ja. Das lässt uns nicht viel Zeit. Na dann, ja gut, wir sind zu zweit, dann halten wir uns ran. Also bis zu dem Haus hier werde ich erst mal looten. So, es sind noch mehr, die hier rumstehen. Ja, ich sag dir, es sind mehr. Und die halten richtig was aus, die Jungs. Wo ich das heute gespielt habe, aber jetzt merke ich es auch. Bist du ja mit der kleinen Axt oder mit der, sag mal, nicht entwickelten Axt, stehst du ja da und denkst dir, irgendwas läuft doch gerade falsch im Game. Das ist wohl wahr. Also du machst ja das Tutorial, du musst mir jetzt sagen, was du brauchst. Ja. Ich muss jetzt erst mal Bäume zerstören. Ja, ich sag's nur, weil ich hab ja dann Holz und alles auf der Tasche. Ja. Ja. Die ganz normalen Standorts. Also brauchen wir jetzt vor allen Dingen erst mal Holz und Büsche, damit wir die Foundations bauen können. Gut. Gut. Also diese Ranken und Baumstämme. Ja. Wie du siehst, ich hacke schon. Ja. 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 Ach ja, du warst ja gestern nicht mehr drin, ich hab ja das Dual-Universum endlich zum Laufen gebracht. Ja. Ja. Ähm. Das ist super interessant. Das ist super gemacht. Aber die, die Server, was heißt die Server, das ist ja eigentlich nur einer. Das ist ein Grauen. Performance-Teilig. Ja, ne, Performance ging's eigentlich, aber man ist halt alle fünf Minuten erst mal rausgeflogen. Mag natürlich auch an einem Freitagabend gelegen haben, dass zu viele Leute gleichzeitig drauf sind. aber ich hab's jetzt heute Vormittag nochmal gemacht. Das ist eine ganze Weile sehr gut, sehr flüssig gelaufen. Aber jetzt haben sie wohl aus gestern Abend was gelernt und um Mittag haben sie dann alle selber abgeschaltet. Das wird jetzt ein paar Stunden dauern, bis sie wieder hoch sind. Okay. Also ist auf jeden Fall interessant. Definitiv. Läuft alles auch unter Lua-Script. Ja, und jetzt. Bin ich mal gespannt, was sie jetzt nach dem Server-Update da an, sagen wir mal, Stabilität geändert haben. Ob's dann mal eine Weile durchspielen kann. Das wäre natürlich mal irgendwann von Vorteil. Wir haben gestern, äh, wir haben's geschafft, uns in Arc zu verbinden. Ah, endlich! Ja, also es ging aber wirklich auch nur in eine Richtung. Er kann bei mir joinen, nicht bei ihm. Mhm. Also hab ich offensichtlich die richtigen Einstellungen, aber er hat komischerweise eigentlich die gleichen Einstellungen wie bei mir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du bei ihm auch mit drauf hast, schon von Anfang an. Und mal geschaut hast, ähm, wie kann man das ändern, wo es noch gar nicht ging. Ja, ja. Na gut, er hat jetzt im Prinzip, äh, den Rechner ja neu aufgesetzt. Da ist jetzt kein ESET mehr drauf, sondern nur noch der Windows Defender. Ja. Das ist ja unter einfacher jetzt die Fireballs konfigurieren. Mhm. Und, äh, ging halt trotzdem, äh, nicht. Einfach Verbindung fehlgeschlagen, warum auch immer. Auch über Epic, ja? Ja, ja. Ja, gut, aber da haben wir auch ewig hingemacht und ich glaube immer noch daran, dass das bei uns Zufall war, dass es plötzlich geklappt hat. Also woran es wirklich lag, können wir ja selber nicht beurteilen. Und das war auf jeden Fall die Ports. Ja gut, nachdem du das mal bei mir einmal eingestellt hattest, ging es ja plötzlich, gell? Ja, es war eigentlich nur noch die Einstellung bei dir im Router, äh, im Rechner selber. Du hattest ja auch gesagt, du hast ja auch gesagt, du hast nur die Defender-Geschichte. Genau. Ähm, da scheint es eingerichtet zu sein, dass die Ports auch freigegeben sind für einen Ausgang. Und das habe ich gestern bei ihm halt noch gemacht und es ging halt trotzdem nicht in diese Richtung. Ja gut, wobei es ja eigentlich auch wurscht ist, wenn es in eine Richtung geht, reicht es ja. Aber trotzdem interessant, gell? Mir wäre es halt bloß wichtig gewesen, dass er den Spielstand hat, weil er halt andere Zeiten hat, wo er denn zocken kann, als ich. Ja gut, wollt ihr dann wirklich jedes Mal, wenn er zusammenzockt, die Spielstände wieder synchronisieren? Ne, darum geht es ja. Dass er im Prinzip dann jederzeit selber ins Spiel reingehen könnte, ohne dass er mich dazu braucht. Jetzt liegt der Spielstand bei mir. Ja gut, aber wenn du spielst und er ist nicht da, dann brauchst du ja seinen Spielstand wieder. Ne, das würde ich ja nicht machen. Ach so, okay. Ich würde ja dann nur eigentlich bei ihm mit einsteigen, dass er im Prinzip weitermachen kann. Gut, ich habe jetzt die Einstellungen so gewählt, dass wir natürlich mal ein bisschen mehr Fortschritt haben. Dass es vorwärts geht. Ja klar, weil er hat ja wenig Zeit zum Zocken. Und das, was wir bisher jetzt hier gemacht haben, ist ja doch schon eine andere Liga. Wir sind ein, zwei Schritte weiter, ja. So. So, ich habe einiges in der Taschen. Was brauchst du? Kannst du dir gleich sagen. Drei, das ist der Stampfer. Das ist noch eins Abstand. Noch eins Abstand. Dann, das schon für die Werkbänke. Oh, du bist ja weit hinten. Ach so, von da aus. Ja, warum nicht? Stimmt. Warum nicht? So, ich brauche Holzstämme und Ranken. Zubefehl. Ja, mehr habe ich noch. Ist okay. So, ich denke ich mal, es dürfte reichen, um das wir... Ja, reichen darf es sowieso nicht, aber ich kann ja inzwischen wieder Holz sammeln, während du baust. Also für jeden, der zuschaut und rein will, wenn er hier spawnt, er kann das Ding hier bei uns gerne verwenden, um sich dann mit drauf zu klatschen am Anfang, bevor er sich seine eigene Welt sucht. Das ist wirklich der Start, dass man erstmal die Nächte überlebt. Die erste. So, einmal Licht an, einmal aus. Dann Karte öffnen. Genau. Dann Ausrüstungstisch. Der braucht... Build. Das war Utilities. Ne Equipment. Ausrüstung kann ich bauen. Build. Den stellen wir gleich hier hin. Gut, dann hole ich mir gleich meinen Bogen. Den Bogen kannst du dir am Ausrüstungstisch bauen. Ich gucke gleich mal nach bei Utilities. Wir brauchen den Materialverarbeitungstisch. Da brauche ich jetzt noch zwei Felsbrocken. Das heißt, ich muss... Nein, nein, alles gut, alles gut, alles gut. Wie gesagt, wir sind zu zweit. Ich habe alles angeschafft. Du kannst mal schauen, ob du wo eine Kiste bauen kannst. Das wäre eventuell schon eine Hilfe, dass wir das Material zusammenfragen können. Ja. Dafür brauche ich Plastik und Holzbrett. Ja. Holzbrett dafür brauchen wir erstmal den Materialverarbeitungstisch. Den bin ich gerade am Vorbereiten. Plastik habe ich aktuell noch nicht einstecken. Stein, 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 wo bist du? Ah, hier auch. Ich brauche ja sowieso ein paar Felsbrocken noch für die Fallen. Deswegen ist jetzt Steine kloppt erstmal eine gute Idee. Na gut, wie gesagt, da habe ich jetzt ein bisschen was in der Tasche auch. Ein bisschen was habe ich schon mitgenommen. Müssen wir mal gucken, ob wir dann, wenn wir hier die Basis erstmal so weit stehen haben, dass wir für die Kiste mal irgendwo ein bisschen Plastik rankriegen. Aber dann müssen wir halt erstmal den Bogen haben, damit wir die Zombies erledigen können. Die da vorne rumlaufen. Weil ansonsten kommen wir nicht in die Autos ran. Notfalls gehe ich auf die Messer los. Ein Messer dürfte erstmal so weit funktionieren, aber da haben wir das Problem, dass wir noch kein Essen haben für Geheilung. Na doch, wir haben ja, also durch das Bäume fällen, habe ich jetzt Äpfel und Heidebeeren. Und wir haben ja von Anfang an Energieriegel drin. Ach stimmt ja, wir haben ja Energieriegel. Das ist ja okay. Aber du hast schon recht im Sparsam-Sein, weil die, wie gesagt, nach meiner Erfahrung eben sehr Aua machen alle. So, jetzt müsste ich den aber auf jeden Fall erst mal bauen können. Das ist Utility Craft Materialverarbeitungstisch für. Den schmeiße ich dann mal hier rum. Der wäre jetzt mal wichtig. Und dann hole ich mir einen Bogen und versuche mal Plastik zu finden. Und die Werkbank, da brauche ich jetzt ein Brett und ein Holz. Das kann ich mir gleich hier drüben herstellen. Gut. Ein Brett. Ein Holz. Damit kommt die Werkbank hier drüben hin. Build, Craft, Werkbank, Build. Geht doch schon ordentlich voran. Ja gut, wenn man weiß, worum es geht. Utility Forschungstisch. Wir brauchen Seile, zwei Bretter. Also fünf Nägel habe ich schon. Ein Seil brauche ich auf jeden Fall noch. Die Bretter hole ich mir ran. Ah ja, für Seile, dann brauchst du noch die Werkbank. Die müssen wir als nächstes bauen unbedingt. Hast du gehört? Wie bitte? Die Werkbank müssen wir unbedingt als nächstes bauen. Ich habe alles schon da. Werkbank ist da. Ah, okay. Ich bin schon am Forschungstisch dran. Okay, das heißt, wir haben jetzt momentan, Sekunde, Craft, Materialverwaltungstisch haben wir, Werkbank, bist du dran. Ausrüstungsfertigenes Tisch hast du auch, oder? Ja, bist du schon da. Gut, dann läuft. Kleine Tierfallen sind jetzt schon dran. Da kann ich aktuell, äh, Freistück herstellen. Gut. Kann man doch gleich mal toten. Alter, da sind fünf Zombies in dem Scheißhaus. Das ist nochmal zwei. Das ist nochmal drei. Mehr kann ich jetzt aktuell nicht. Ich gehe mal aus dem Material zu. Ich hätte gerne... Forschungstisch muss ich jetzt bauen. Dazu fehlt mir jetzt noch ein Seil. Da muss ich mal gucken, ob ich sie herstellen kann. Seil habe ich. Seil habe ich. Moment. Ich bin noch am Kämpfen. Alle erledigt. Ich gehe mal aus. Ich brauche einen Stoff. Stoff kann ich herstellen. Damit kann ich das Seil herstellen. Ich habe alles. So. Build. Utility. Forschungstisch. Und stellen. Steht. Danach kommt's Pendel. Pfalle. Millie. Pendel. Dazu brauche ich vier von dem Holz. Nägel und Seile. Also Seile wären jetzt erstmal wichtig. Da brauchen wir zehn Stück davon. Gut. Ich habe aktuell sieben auf der Tasche. Ich muss noch ein bisschen Holz schlagen. Dann brauchen wir noch zwei Stück. Ja. Ich habe aktuell eins und zehn Stück brauchen wir. Schauen gerade. Was ist denn mit dem hier. Verdammt nochmal. Dieses Plastik. Das war doch bei den Autos. Ja gut. Ja. War definitiv bei den Autos. Ja. Muss man auch erstmal hinkommen. Sehe ich gerade. Da war doch jemand. Was ist das alles schmerzhaft hier. Also wir haben es zwölf Uhr und haben auf jeden Fall die ganze Basis schon so weit stehen. Inventory ist voll. Scheiße. Wenn wir das Pendel gebaut haben, bekommen wir auch noch zehn Walletoffs. Als Reward. Ja. Moment. Stehen wir erstmal vor dem Problem hin mit dem Zeug. Ich bin noch nicht. Ich brauche Plastik für die Kiste. Mhm. Und ich habe keinen Platz alles aufzunehmen was hier gerade. Ja jetzt schau mal. So. Ich habe ein bisschen was. Kannst nachher mal neben dein Bett sozusagen schauen. Was übrigens gereicht hat. Also ich habe mich auch drauf machen können. Ich muss kein eigenes machen. Ja. Das ist schon mal gut. Ja. 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 Das wäre natürlich schon wichtig, dass du ein freies Inventar hast. ja für uns beide. Ja. 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 so mein inventar ist das habe ich aufgesammelt guck mal kurz was mir noch mal fehlt zum pendel jetzt vier stück von jedem plastik kann ich nicht herstellen jetzt kann ich herstellen ich brauche vier nägel das war hier nägel vier stück und die seile hattest du mir schon ein bisschen was gegeben ich kann dir hier gerade noch welche auflegen da liegen wir zehn stück brauche ich insgesamt 7 habe ich dir hingelegt mehr hatte ich nicht zum rest kann ich bestimmt bauen sieben stück schaue ich mal stoff kann ich nicht herstellen ja ich kann es gleich so ich brauche zwei holzbrenner die kann ich machen ich möchte jetzt eigentlich an stoff ankommen doch und wie ich habe im stoff fetzen dabei ok dann kannst du ja mal schauen ob wir die restlichen drei seiten noch hinkriegen dann kriegt man das pendel gebaut wo willst du die wo willst du die kiste hin ist egal ist erst mal so dass wir irgendwo zugriff haben ist ja jetzt sowieso nicht die endlösung was wir gerade bauen ja nee hast schon recht ich möchte wenn es geht dann aus dem stamm verbauen vor 0 uhr ja ja das macht schon alles sind okay und du brauchst jetzt seite ja drei stück noch drei stück noch was haben wir denn hier und liegen das hin schaue ich das hin schaue mal ja perfekt alles da das wurde brauche ich als aller erstes mal die pendel von hier liegen in der kiste so sei da habe ich hier kommen wir da mal drauf dann brauche ich jetzt erst mal die den stampfer wird ich wieder vorne hinsetzen und danach das pendeln weil das hat sich eigentlich ganz gut bewährt dann könnte man nämlich vorne auch dann halt auch wieder dieses feilbein machen die kombination hat wenn ich ganz gut gefallen die muss man ja aber so weit haben wir gar nicht kommen dass man fall bleibt brauchen dann wollen wir eigentlich sowieso schon worden das sind das ist pendeln noch mal kurz nach oben schauen ja es pendelt nach vorne nur zur sicherheit kompressor man kann man kann man kann es ganz gut sehen die aufstellen habe ich schon noch zeit maschine ja wo kriegt man die fährt so du müsstest eventuell erforschen dieses also ingenieur was glaube ich ja gut aber dafür mit dafür müssen wir dann auch die werkbänke wieder wieder upgraden kommen nicht drum herum weil wenn man jetzt hier noch eine falle bauen möchten bräuchten auf jeden fall ja brauchen wir die hier als die erste nacht habe ich ebenso ganz gut überlebt sagen wir so mit einem pendel ja okay ja da würde ich sagen machen wir einfach weiter und ich würde sagen ich würde einfach mal materialien man schaffen und dann schauen dass man gleich mal ja dementsprechend dahin gehen wo wir uns dann wirklich aufbauen wollen das ist ja nur für jeden der einsteigt und auch für uns sagen wir mal ja die anfangs base aber nach der nächsten nacht können wir eigentlich schon losziehen finde ich es ist die frage welchen standort wir wählen wollen weil wir haben ja schon ein kleines bisschen karte entdeckt und hätten dort schon ein bisschen auswahlmöglichkeit aber trotzdem würde ich also der see der hat mir schon gut gefallen dem würde ich fast beibehalten oder da müssen wir aber ich würde dann diesmal der basis doch ein kleines bisschen kleiner bauen am see weil wir dann vorne raus ein bisschen mehr platz haben um die fallen aufzubauen ich würde sich ganz so tief machen weil wir haben den platz nicht gebraucht du kennst mich ja mit klein bauen ist nicht mein ding aber wie du meinst da würde ich die materialien lieber in die fallen stecken dass wir da halt noch ein bisschen was basteln also wir können ja erstmal das haus kleiner machen aber die erste wand drumherum die würde ich schon in der größe lassen fast jetzt lass uns mal hinschauen lass uns erst mal so weit kommen also beim haus beim eingeben steht recht ich würde es auf jeden fall so weit bauen dass man innen drinne genügend fallen aufbauen können kugel wie schaut es aus läuft das aber wieder ich sehe hier nicht wir haben sie haben gerade gemeldet dass er wieder jetzt macht mich dann langsam auf die reise zu dir dauert ja sowieso zwei drei stunden ja ja alles gut super kannst du mal inzwischen mal und ansagen so zu sagen wie es läuft das taxi aber es gibt gegeben okay irgendwelche patch noch gar nicht hatte jetzt eine kurze informationen also eher ein server update ja wahrscheinlich wenn sie die kleinigkeit korrigiert haben und sich auch jeder vertippt haben kommen zum punkt gemacht oder nichts neues ja hier hast du einen eisenbahn irgendwo umliegen einen eisenbahn ja ich hab zwei sehr gut könnte ich brauche noch zu ende hacken hier naja gut man sieht schon zu zweit ist das schon eine ganz andere nummer g da kommst du wenigstens voran bei eisenbahn liegen in der kiste fallen sie noch nicht ausgelöst sehr gut leck mich noch ein säckel hast du noch ein reisen platte auf der tasche forschungsmaterial hat sich noch eisen platte habe ich nicht mehr habe ich nicht schade denke auch die kann ich noch nicht herstellen dann wieder ab und dann brauchen wir wieder plastik und zwei eisenbahn und so weiter und so fort ja ja ich sag's ja das ist alles was wolltest du bauen ja ich wollte die kiste nur einmal upgraden damit man da ordentlich reinlegen können weil trotz allem ist bei mir das inventar eng aber ich brauche nur noch eine eisenplatte dann ist die geschichte gegessen ach ja und dann muss das nächste feuer gebaut werden die kochstelle das ist richtig ein vielleicht habe ich schon auf tasche von dem fuchs naja und weil der würde gerne dass wir jetzt ein kompressor bauen dafür gibt es forschungsmaterial also ein forschungs punkt ich bin auch ziemlich angeschlagen schon das heißt man muss eine ganze weile futtern ich habe schon feile auf jeden fall an bord falls ich hier ob und hier sehen würde ich auf jeden fall wieder strecken und sobald sie es in kriege ja aber wir müssen halt kochen können richtig dann ist der haken an der geschichte die verarscht mich doch dann ist der haken an der schlappelt er wieder mit den beinen jagt er wieder was hinterher so dieses entspannungs zocken ja erster eindruck hat das was mit dem server update jetzt gebracht ich bin noch in der warteschleife soviel zum ersten eindruck die hälfte habe ich schon geschafft ja gut die warteschleife war ja bisher immer relativ flink ich habe auch so den eindruck als wenn die warteschleife auch programmiert ist weil jede sekunde rutscht man genau drei plätze nach vorne ist immer so muss man später darauf achten das sind jede sekunde drei plätze also die franzosen haben hier eher ein countdown programmiert als eine warteschleife franzosen halt hat man gestern schon drüber geredet ist ja nicht unbedingt falsch aber eben anders anders ja so würden sie es auch bezeichnen wahrscheinlich die franzosen haben hier die franzosen haben hier die franzosen haben hier ja 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 jetzt hin ja unwahrscheinlich oder das wird schwer wer wird schwer wer wird schwer kannst du helfen ja du bist du da okay ich komme ich komme gerannt es bin gleich tot ich kann es nicht ändern ich komme wenn wir entgegen das wäre vielleicht eine hilfe ja gut ich bin zu uns naja gut jetzt halt noch zu dir alter falter ja ich liege daneben als komme ich nicht mehr hoch so wer könnte ich jetzt durchaus gebrauchen siehst du ja ja er mich auch man den hier in die falle rein locken oder plötzlich nicht ausbreiten das geht nicht scheiße das erste mal dass ich nur gern gestorben bin so liegt hier irgendwo meine leiche rum eigentlich ja ja da liegt ein koffer rum so sieht wie koffer aus ja wo gibt es dann marke oder irgendwas müsste schon wissen wo du ungefähr gestorben ist das war hier kannst du mir sehr helfen sagt da und jagt mich in den tod hatte ich nicht er hatte ich gelockt ja ja ich war ja selbst ja gut dann nach dem motto was ich kann kannst du auch also sterb mal hinterher ihr beide habt euch auch gesucht und gefunden ja definitiv aber dass wir uns gesucht hätten das würde ich jetzt eben nicht unterschreiben hier ich brauche immer noch eine eisenplatte hast du eine und dann kann man die nicht herstellen die eisenplatten ja wenn die werkbank erweitert wäre und dann können wir es herstellen das ist richtig und zum herstellen zum erweitern brauchen man hoffen zeugs was man nicht haben zwei plastik zwei barren fünf regel herstellen regel hätte ich fünf barren habe ich zwei nägel sind auch nur werkbank hier ja ja was plastik stücken habe ich zwei stück dann dürfte man vielleicht ein plastik herstellen können nein könnte man vielleicht herstellen wenn es gab geld werde also müssten erst mal looten da haben wir auf jeden fall das problem da ist es überhaupt hier die richtige band dafür ja plastik ist dann aber schloss drin ich mache mich auf den weg ich bin drin das ruckelt nicht bis jetzt alles gut also müssten eigentlich noch ein paar sachen bluten ja und ziegel brauchen auch noch viel ich kann mal mit bogen ist gezückt also wir brauchen auf jeden fall noch autos ohne ende regel ziehe ich noch nicht rein weil ich den halb mit reingezogen weil ich war ja darum da unten schon und ja die haben wir ziemlich zugesetzt nennen das mal so und auch und ergeblich das wissen wir ja wohl kann man so etwas da nimm dir tiger wo bist du da und hier drin warst du schon denke ich mal den habe ich schon leer gemacht da waren im übrigen fast ja sechs zombies waren drin ja kann das durchaus nachvollziehen dass hier ein paar mehr da sind und jetzt würde ich sagen gehen wir kurz mal in das grüne haus da hinten oder ich würde mal hier die stoff fetzen mitnehmen für die seite wir brauchen noch zehn teile für den kopf besser irgendwann mal sein nein du brauchst mal hergehen äh wo bist du äh ich sehe dich gerade nicht ach da das ist die haus meins das ist die haus meins hast du schon ich habe keine ahnung woher aber es war da insofern nehme ich es gerne aber es ist halt langsam diese scheiß katana es muss halt aufgewertet werden angriffsgeschwindigkeit und so weiter das ist ja dann das ziel ich habe aktuell jetzt wo auch nur das messer ja bleib entspannt mein freund also mit zwei schützen ist es ok ich muss aber schauen dass ich dich ja mich auch verletzt so das ist ein stachelschwein der kerl mir sind noch zwei drin in dem raum ich war auf dich und ich glaube nicht kommen ok auf was irgendwo blöd ist dass der wenn einmal getroffen wurde dass der dann halt nicht schießt der verteidigt sich denn nicht mehr auf verdammte axt wo kommt der her ja kann ich schießen ich würde dich sonst treffen das jetzt noch einen großen unterschied macht haha ok ok du musst an die kiste den rest sammeln kann ich nicht in den tausfall haha haha ok also die grower hätte ich schon gerne irgendwo ja gut das heißt ich müsste jetzt mal aber wir sind ja jetzt hier sauber das heißt ich kann jetzt zurückgehen ich habe nicht gefunden was ich brauche ich kann die kiste upgraden dann können wir ablegen und zurückgehen und einsammeln dann esse ich erstmal hier ich muss ja sowieso noch ein kleines bisschen hm jetzt wo du es gerade sagst was könnte ich denn noch hier lassen eigentlich nichts nee lass doch kommt zurück ich mache gerade die kiste wieder auf also du holst dann den rest noch mit ab weil die grower hätte ich schon gerne irgendwo als verteidigung ja das hole ich uns jetzt alles auch dann noch dabei noch der kühlschrank im flur sozusagen da liegt auch noch material also wenn da reinkommens geradeaus ja also rein rechts links und geradeaus durch ich muss noch kurz orientieren wo sind wir ok die kiste ist abgekredet wir haben es 18 uhr so dann kommen wir doch gleich mal zurückgeflitzt so ich vermeldet schon mal einen erfolgreichen start ich bin gelinde gesagt begeistert ich erstmal aus diesem komischen krater heraus starten ist gar nicht so einfach das sind links und rechts so eine komischen hohen wände ungefähr 18 km hoch ja gut dass links und rechts wände sind das hat so ein krater normalerweise an sich ja wenn du nicht genug speed mit so einem backstein drauf kriegst du weißt ja ergonomie muss ich durch schub wieder weg machen das heißt der backstein wird geradeaus geschossen werden und wehe du versuchst die flugbar zu korrigieren das mag er gar nicht aber es fliegt alles gut so ich habe jetzt alles aus der budel raus geholt dann bringe ich es mal zurück ich schau ja gerade noch was ich hier noch einsetzen kann aber ich habe hier definitiv keinen platz warte mal die erste kiste war doch gar nicht so teuer was würde mir denn da fehlen fünf nägel zwei bretter die kriegen wir doch hin oder kann man auch eine zweite kiste mit platzchen das wird auf jeden fall gehen ich suche gerade irgendwie sachen zusammen die ich eventuell hier reinpacken kann ich habe einen haufen grundmaterialien hier gerade an bord ja eben deswegen brauchen wir uns noch eine kiste dazu haben wir nägel und bretter bei uns nägel 45 und bretter haben wir zwei stück dann bastel doch mal gerade ein paar bretter wie viel brauchst du also wie gesagt zwei stück sind es eh in der kiste ja ich habe es gerade genommen ich schaue gerade was ich noch brauche ne passt moment moment das passt da hast du das material für den lagerfall das habe ich jetzt noch nicht geschaut kleinen moment ok ich habe schon etliches an fleisch auf tasche jetzt durch den bär auch vier eisenplatten ein gummiring eisenplatten fehlen uns hast du nicht zufällig was auf der tasche oder ne kann ich auch noch nicht produzieren wir müssten hier erstmal die werkbank abholen die kraft bench die kraft bench so einmal die keramik wischen so einmal die kraft Vielen Dank. Vielen Dank. So, Plastik kann ich noch mit rein. So, Eisenbahn. Das ist der Plastik. Büls 7. Da war es 4. Das ist der Plastik. 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 Den habe ich glaube ich noch nie verwendet. So, Küche steht. Wenn du willst, kannst du noch ein bisschen greiflich sparen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann mache ich mir einen Sperr, weil ich damit eigentlich ganz gut agieren kann. Ja, das ist ja gut. Das ist ja gut. So, die Fallen sehen alle noch gut aus. Ja, die Kastritte. Möchtest du dir deinen Bogen aufrüsten? Naja, grundsätzlich ja. Weil ich lege dir mal in die Kiste, hier kann ich doch nicht reinlegen, muss ich die rauslegen. Oder lege mir deinen Bogen hier in die Kiste, den schnappe ich mir und dann rüste ich den gleich zweimal auf. Naja, wie soll ich den? Na gut, wir probieren es mal. Ja. Ja, alles gut. Hat sich gerade erledigt. Dann riech noch mal, während du aufrüstest. Wie ist der von da hinten hochgekommen? Durch die Treppe denke ich mal. Ja, aber durch die Treppe wäre er doch nur noch ran hier durchgeflitzt. Ja, okay. Und ein Klebeband, das kann ich mir hier drüben herstellen. Klebeband, Kraft und das Bogen. Du kannst hier in die Kiste gehen, da liegt ein zweier Bogen drin. Den habe ich mir geholt. Ist okay. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal soweit fertig. Gehe ich mal kurz hier an die Küche. Ich habe ein Fleisch reingelegt, ein kleines. Großes. Also ich mache jetzt erstmal nur das kleine geröstete Fleisch, ja? Mhm. Ja. Das reicht erstmal. Also eins liegt noch drin, ein kleines. Ja, ja. In der Piste. Ich brauche nur eine neue Tastatur, meine Escape-Taste geht nicht mehr. Okay. Ja. Also Kugel, du merkst, wir sind da nicht ganz allein. Ja. Könnte euch beide die Hand reichen. Ich könnte meine Tastatur auch mal in die Spielmaschine stellen. Dann könnte ich sogar Glück haben. Nö, ich... Die Tastatur ist jetzt schon vier Jahre alt, aber die schwächelt halt jetzt nach vier Jahren extrem. Ich nehme sie einfach auseinander, packe sie so einzeln rein, lass dann alles wieder trockenen und schwelze sie wieder zusammen. In der Hoffnung, dass du nicht zu viel Kalk bildest. Kommt ja nämlich auf deine Wasserstärke drauf an. Ja, aber dafür habe ich ja meinen Entkalker und meinen Spülmaschinensalz drin und alles. Ah, dann dürfte eigentlich nichts passieren. Wäre eine Idee. Nur was nämlich in der Zwischenzeit habe ich irgendwo noch mit der Tastatur umliegen. Hm. Also Fleisch ist drin, Gary, gekocht? Ja, habe ich mir schon eins genommen. So. Ich kann es dir alle nehmen, weil ich habe halbiert. Okay. Dann lege ich mir das gleich auf die Acht. Du hast Maximalgeschwindigkeit. Das heißt, was ist deine Reisedauer? Ja, ich rechne gerade aus. Wie lange meine Reisedauer ist? Wird mir ja natürlich nicht angezeigt. Ist ja klar. Warum sollte das Spiel doch tun? Das kann man ja schließlich sich selber programmieren. Okay. So. Also. Warte. Ja. Immer noch 24 Sekunden für eine SU. Okay. Okay. Ich bin am Rechten. 126 Minuten. Okay. Zwei Stunden. Ja. Vorausgesetzt, es gibt keine Server Reset oder sowas. Weil der müsste sich ja wieder beschleunigen. Das muss man natürlich rausrechnen. Ja. Also ich gehe davon heute schon noch aus, nachdem wir den jetzt neu aufgesetzt haben und noch nicht wissen, wie er unter Volllast läuft. Ja, aber ich habe Wunkel gehört, dass man das nicht machen möchte, während ich fliege. Hahaha. Okay. Ich werde dann noch das letzte Stückchen mit dem Mund nochmal eine Runde geben. Ja, also das ist doch das ideale Spiel für dich dann. Ja. Oder für den Hund. Ja. Aber ja. Was gerade mit seinem... Noch mal ein paar Waschbären jagen. Ach, Herr Wusser. Aber ich erspare mir jetzt auch fast jeden zweiten Morgen meine Mülltonne zu sammeln. Ja. Alles reinzuschmeißen. Ja, gut. Also. Die Waschbärenfamilie hat es gelernt. Nehme ich mal an. Und wenn nicht, wird dein Hund da nochmal nachdrücklich Bescheid geben. Die sind echt eine Plage geworden bei uns, ne. Ist ja klar. Die Berliner, die hier im Umkreis immer vorbeigefahren kommen, die schmeißen ja auch alles aus dem Fenster. Naja, gut, klar. Dann haben wir hier zweieinhalb Meter weiter Burger King. Dann fahren die Leute vom Burger King runter. Ist ja nicht Burger Kings Schuld. Aber die fahren dann so... Ne, aber es ist ja... Die Leute kommen jetzt in den Feldwege rein, stellen sich dann da hin, ne. Puttern da und dann fliegt es natürlich halt aus dem Fenster. Ich sag dir nach dem Wochenende ist die Tiere... Das ist fast unerträglich, ja. Wir haben ja ein Naturschutzgebiet, ja. Und die schmeißen da alles links und rechts da aus dem Fenster. Nach dem Wochenende kannst du da lang gehen kannst Matratzen zählen, ne. Obwohl bei uns die PSR, die Stadtreinigung, alles kostenlos annimmt, ne. Du brauchst nichts bezahlen. Ja, aber das ist dann natürlich zu faul. Ja. Und wenn du es nicht hinfahren willst, dann kommen sie glaube ich alle zwei Monate und sammeln ein. Das ist, wie gesagt, kostet alles kein Geld. Aber im Moment. Im letzten Winter, ich weiß gar nicht was ich das erzählt hatte, da hatten sie mir hier vor einem auf unserem Gelände einfach 40 Farbeimer vor die Tür gestellt. Mitten in der Nacht. Allerdings habe ich dann auch einen Aufkleber gefunden, der es gekauft hat. Dann haben wir nachvermittelt, den sie die Dinger gehört haben. Und die Firma, die hat tatsächlich eine polnische Firma beauftragt, die dort uns die Recht zu entsorgen und hat richtig Geld dafür bezahlt. Ich habe auch die Rechnung gesehen, dass sie den da in der Hand getroffen haben. Und der Kohl ist dann einfach bei uns vorbeigefahren und die Kohle einkassiert und dann statt die Fahrt auf die Tür zu entsorgen. Ja, wieder der Amazon-Praktikant. Ja. 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 Ja, also ich bin bereit, sie können kommen. Ich bin ja noch ein bisschen am Morgen. Ja gut, wir haben zuerst 21 Uhr. Da laufe ich gerne nochmal mit durch die Landschaft. Oh, ich habe noch schöne Sachen gefunden, die wir auf jeden Fall bei dir auch erforschen müssen. Die hier sehr schnell gehen. Okay. Ich bin ganz froh. Ja, das ist so erforschenes hier für den Nano-Pack, weißt du? Oh, Message from the Team. Habe ich da nicht zufällig irgendwas mal schon angesagt gehabt? Das heißt, der Server geht gleich wieder runter. Das ist einfach zu schade. Ich bin ganz froh. Ich bin sehr froh. Ich bin ganz froh. Ich bin ganz froh. Ich bin ganz froh. Ich bin ganz froh. Das ist einfach so ein paar Knoten, die wir für die Alemste sagen. Hast du noch ein paar Forschungspunkte? In der Tasche wahrscheinlich nicht, aber warte mal. Warte mal, ich habe sie gefunden. Da würde ich nämlich mal die Studiererstufe 2 machen. Sechse hätte ich sogar gehabt in der Tasche. Ne, der braucht bloß 20, das ist schon okay. 89 haben wir da. Gut, dann mach das mal. 3 Kopfer, haben wir 3 Kopfer. Haben wir auch da. Sachen haben wir da. Zahnrad hatten wir doch auch irgendwo schon. Ja, ich habe eins auf Tasche. Das war das, was noch im Haus rum lag, in der Kiste. Ja. Weil da könnte man noch eine Fallmaschine bauen, dann kriegt man hier den Stammverfleisch noch unter. Ja gut, dann komme ich mal schnell zurück. So, ein Plastik, ein Gummiring. Ich komme geflitzt. Ich kann dir sagen, dass ich jetzt ein Wildschwein habe. Ja, das ist schon mal gut. Gummiring, habe ich 3 auf Tasche. Okay. Ich komme, ich komme, ich komme. Das noch mit rein und einen Barren noch mit rein. Fallmaschine, brauche ich jetzt noch das eine Zahnrad. Warte, hier. So, Zahnrad, hier. Was passt noch? Das war es eigentlich. Ach ne, ich kann sich auch nehmen. Ich muss erstmal was rausschmeißen. Läuft. Das, 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 das. Jetzt geht es. Fallmaschine. Kraft, die haben wir. Dann brauche ich jetzt noch. Dann brauche ich jetzt noch zum Fallenbau, Meli, Stammver, 4 Bretter, 2 Holz, 10 Seile. Seile. Seile hatten wir 4 Stück. Mal gucken, ob ich noch etwas herstellen kann. Da haben wir noch 6 Seile. Seile haben wir. 6 haben wir da. Und wir brauchen noch 5 Nebel, hatten wir ja auch da. Ich habe auch noch knapp 50 in der Tasche. Hier sind keine drin. Ne, dann, Moment, geh wieder ran. Hier. Die. Dann. Nägel. Bild. Mini. Kompressor. Und jetzt noch 4 Balken. Und 2 Holze. Ich muss aber mein Inventar erstmal entleeren. Mal gucken, was hier noch einpasst. Das könnte noch einpassen. Das könnte noch einpassen. Dann. Hmm. Okay. also stecken zum nachladen habe ich genug in der tasche ich muss mal gucken was ich hier eventuell noch irgendwo unter krieg die Nägel geh ich auch noch mit rein kopf dringend ist das nicht die waren nicht es fehlt uns denn jetzt eigentlich noch ja eigentlich alles natürlich klar aber für die erste nacht sollte jetzt reichen eigentlich oder und dann würde ich mich eh würde ich vorschlagen richtung see machen oder whatever is needed da muss man doch mal gucken wo man da am besten was machen können ich weiß noch gar nicht was er wenn du welche auf der tasche hast gibt es mal her dann schau ich mal was sie macht was man machen kann überhaupt so viel haben wir ja noch nicht also ich habe jetzt juni und ingenier und standard ingenierter mit schatz das zollkasten bauen konnte liegen hinter das nächste was ich machen wollte wir auf jeden fall dann erst mal den hunter damit ich ja an tieren und so wie es aber schon kann ein bisschen mehr schaden machen also wir haben sie am prinzip nicht allzu weit wir brauchen ja im prinzip jetzt hier eigentlich nur gerade durchzulaufen dann kommen wir an sie wir haben hier nicht nur gerade durch zu laufen dann kommen wir an sie wir haben hier nicht mehr so weit jetzt eigentlich den selben standort wie bei unserem wir sind genauso weit wie vorher also passt alles richtig nur da man schaust wir haben es jetzt mitternacht wir haben alle werkbänke wir haben zwei tun wir haben das pendel wir haben den stampfer ja gut hier war jetzt wichtig erst mal dass man die basics haben ja richtig aufbauen wird man ja in der final station und das würde ich sagen die bauen wir uns wieder am see dahin weil ich fand es ganz gut wie gesagt ich würde es halt nicht so weit ins gelände rein bauen damit wir vorne ein bisschen mehr platz haben zum fallen bauen damit man ein bisschen mehr ebene haben guter war mal statt den zehn mal zehn manchmal machen halt macht kursen zwei weniger recht und ja gut eine breite ist wieder blöd da muss man natürlich da breite auch ein bisschen mehr absichern jetzt beginnt die welle das ist die perfekte der perfekte tag hast du sticks ja ich habe auch 147 auf tasche bastel mal schnell ein paar feine da habe ich 100 feine das reicht 86 101 also grundsätzlich glaube ich gar nicht dass man groß irgendwas machen müssen beide verbrauchen das sollte eigentlich lang was wir jetzt haben soll man kurz noch ein snack rein mit verleben haben na gut wie du sagst dann mache ich das halt auch nur vorsichtshalber hast du bei dir im overlay irgendwo ein hinweis auf community server passwort nein die leute sollen mit mir reden ich sag es die ganze zeit das übrigens wer zu schaut winter redet mit mir jungs kommt rein spielt mit ich habe auf dem facebook youtube und twitch angesagt dass wir auf dem server aber jetzt spielen schaut zu kommt rein fragt mich alle willkommen facebook ja ich habe auch ein facebook account dazu ach so okay alles klar was ich nur noch nicht kapiere vielleicht weiß das ja der kugel wie komme ich eigentlich mein geld von den subscribern ugl kann ugl kann gerade nicht zuhören weil hat sich deaktiviert dann macht sein hund wieder probleme so jetzt geht es los da kommen die ersten was sieht das mal gut aus vorsicht als entspannt ja gut hast du schon auf berlin gelernt noch nicht gut hat aber nicht so viel schaden bei mir jetzt gemacht das ging das habe ich nicht sehen dass da noch jemand ist der standvor macht im prinzip seine arbeit er macht den ersten schaden wenn ich dann aufstehen macht das ist schon praktisch er lebt ja noch jetzt sieht das mal gut aus ich sehe dich mal bloß drauf zu laufen und sehe den noch mal die treppe hochlaufen aber es ist halt noch nicht winter und ich habe keine lust des fensters zu machen bei den temperaturen der misst hält jetzt leider mit leben so es müsste gleich die finale welle kommen wenn das die finale welle dann ist das kann man jetzt schlecht sagen nee das ist noch nicht da kommt jetzt noch einer danach fühlt sich noch mal vor schnell jetzt kommt er stellt euch in der reihe auf jetzt kommt es zeit alles aufzuladen alles voll und jetzt gibt ihm einer ist durchgekommen ne nicht wirklich ja doch der eine hier okay dann sind wir hier eigentlich durch oder dann schnapp dir mal alles was du zum baum brauchst dann holz und der gleichen dann flitzen wir gleich los umso mehr zeit haben wir ich habe sowieso fast keinen platz mehr ich würde jetzt mal das noch einstecken was ich an stoff habe plastik gummi na gut wenn wir drüben sind brauchen wir doch erst einmal dass man die basis bauen können ich habe jetzt holzstämme habe ich noch ein paar da ich habe gerade noch ein paar ich tue mal das fleisch da also die gedärme da lassen die brauchen wir jetzt für den anfang nicht das rohe fleisch und das ganze kann es sowieso alles da lassen nur das gekochte einpacken wie gesagt den rest bauen wir ja gleich drüben alles auf rohe fleisch haben wir hier kann ich mal kurz verbraten dann ist das nämlich auch weg und ich habe es auf tasche dann los das ist blöd weil normalerweise müsste das war anders ablegen wir brauchen noch die plastik würde ich auf jeden fall noch mitnehmen und die eisenerz die 44 warte mal ich habe ja gut Leder und so weiter das würde ich schon mitnehmen weil das brauchen wir drüben auch die 47 Nägel wären noch interessant Stahlsteine jetzt aktuell noch nicht unbedingt die können wir später holen Steine können wir drüben klopfen Troschungen habe ich noch eingesteckt habe ich vier stück Benzin braucht man aktuell noch nicht so viel dringend und Schießpulver auch nicht aber die Plastikstücken die vier stück das sind immerhin vier Plastik die man damit basteln können falls du die noch mit unterkriegst kriege ich ok auf geht's da würde ich sagen haben wir jetzt erstmal die Brio mit drin Baumstämme und gut müssen wir drüben erstmal Kiste bauen gut Bäume haben wir ja drüben genug auf geht's äh nicht so schnell da weiß wie gibt's Wölfe ich würde dann meine Ausdauer sparen damit ich von Zombies weglaufen kann ja ist schon richtig da widersprecht jetzt nicht wenn wir beide mit dem Bogen arbeiten haben wir ja festgestellt sind wir doch schon effektiv ja das sollte funktionieren muss mal gucken ob wir den LKW noch auseinander nehmen können ach ne wer ist schon da war ich schon eben da war ich schon eben äh Eisen hast du nicht jetzt ich bin voll ich kann nichts mehr aufnehmen und du auch nicht ja gut kleine Eisensteine und du hast die äh Eiseningots gehabt also es wäre schon wirklich gewesen dass wir das hätten mitnehmen ja aber das macht jetzt keinen Sinn gerade die Firma als Naht wenn wir es brauchen jetzt schauen wir erstmal dass wir uns erstmal einigermaßen eine sichere Base haben jetzt hin klatschen so hier müsste man runter hier ist auch noch mal Eisen schön ja ein Stück weiter komm spring drüber so und genau da wo du langläuft fängt jetzt das Schwimmen an so wir müssten nach links glaube ich ein Stückchen ja ja ich gehe mal mehr am Ufer entlang damit man so schön sehe ja wie der See sich sieht ich glaube hier hat man gebaut weil hier sind im Prinzip auch die äh das Schilf also hier an der Stelle würde ich nach oben das Haus bauen ok das war das hier oben auf die Ebene bauen na gut dann mache ich mal frei und du fängst schon mal an die Basis zu setzen ja Fundament Builds äh eins tiefer mal gucken da ist Strand oh ich kann noch nicht mal mehr hacken ich bin voll ja eben deswegen es wäre günstig wenn ich jetzt hier erstmal die Foundation Sets und ja So, ich müsste ein Stück weiter hier vor, da muss ich erstmal den Baum weg machen, der müsste jetzt auf jeden Fall rein passen. Dann ein Messer, und den, und den Baum noch. Dann ein Messer, und den Baum noch. Dann ein Messer, und den Baum noch. Der Baum hier, der stört. Ich sehe nichts. Hau ihn weg. Und diese Nagelbaum. Das wird das Blöde, wenn du in den reinguckst, der wird gehighlighted, und da siehst du nichts mehr. So, Messer. So, das Zeug liegt jetzt hier oben, weil mein Inventar ist voll. Ich würde hier, das sind jetzt fünf, an der Stelle würde ich jetzt erstmal kurz eine Treppe anbauen, damit wir nach oben kommen und erstmal die ersten Sachen bauen können. Wir bauen die Treppe aber gleich da, wo wir eigentlich von vorne hoch wollen. Und den würde ich jetzt noch nicht machen, ich würde das so machen, dass wir hier erstmal hochkommen, erstmal Kisten bauen können, und dann den Rest ausbauen, bis wir dann vorne die endgültige Treppe bauen. Na gut, dann mach. Dann haben wir dann zwei Eingänge, wir könnten dann hier rausgehen und hier auf die Seite dann zum Beispiel auch die, na, die ganzen Fallen setzen. Ja, dann mach. Weil, mir geht's genauso wie dir, ich kann kein Stück mehr von irgendwas aufnehmen. So, jetzt haben wir das erstmal und jetzt können wir hier noch die zwei Foundations dran, die du jetzt zum Bauen wolltest. Ich schau gerade. Moment, Builds. Ich kann momentan noch nicht meine Kiste bauen. Was brauchst du? Plastik- und Holzbretter. Ich habe ein Plastik- und ich habe... Holzbretter habe ich nicht. Na gut, müsste man kürzen. Ich flitz mal zurück, ja? Ich würde hier erstmal die entsprechenden Werkbänke hinten reinbauen in die Ecke. Ja, mach mal. Wenn ich da bin, sage ich es dir an, dann kannst du mir sagen, was ich noch mitnehmen soll. Wenn ich sie denn bauen kann, jetzt brauchen wir erstmal die Materialverarbeitung. Da brauche ich zwei Felsbrocken, die kann ich mir holen. Wenn ich denn Platz hätte. Ja. 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 Wobei das ja nicht despawnt. Leg das doch oben auf die Base drauf. 20 Stück Eisen. Das brauche ich jetzt erstmal nicht. Das Graut, das kriegt man jederzeit wieder. Den Apfel kann ich essen. Dann habe ich zwei Plätze. Da kann ich auf jeden Fall erstmal Steinen holen. Ich komme auf jeden Fall. das problem ist dass ich sehe nichts es ist noch zu finster ja es ist gerade etwas schwierig nennen wir es so immer entspannt durch die hose atmen so materialverarbeitungsticht steht schon mal für den nächsten auch die werkbank auch ich zwei stein die kann ich beholen holzbrett kann ich mir bauen jetzt mit dem inventar aus 23 die baumstämme gut jetzt an was brauchen wir jetzt als erstes was kam was soll ich mitnehmen ich bin zuhause brauchen noch zum bauen für die werkbank falls noch da holz dein und holzbrett ansonsten können wir produzieren holz habe ich für die ausrüstungsbank braucht noch kleiner stein die kann ich hier zusammen suchen die könnte ich sofort bauen dann hätten wir noch den forschungstisch seile nägel und die platte kann man hier aufbauen nägel habe ich ok seile haben wir keine hinter hier was mehr noch haben mit kalkstein baumstamm nägel nehme ich mit ok erstmal was brauchen wir für die kiste moment wir brauchen noch holzbretter und plastik ja heute bretter kann ich mal schnell machen oder da haben wir ja noch nichts drüben gebaut kannst du hier machen gewertbank steht schon ach so ok gut dann plastik plastik habe ich natürlich nicht gelernt klar hast du plastik gelernt und der ist da jetzt brauchen wir noch die werkbank für die werkbank brauche ich jetzt noch einen stein den muss ich schauen ich habe kein inventar dazu sag mir doch einfach was du brauchst was ich mitnehmen soll von hier aus falls du noch stein da hast also theoretischerweise alles mögliche aber aktuell ist es stein aber das für eine kiste da habe ich ein plastik habe ich schon da einen ganz normalen stein ja habe ich 13 stück ok was sonst noch den rest können wir dann hier aufbauen das ist kein problem es geht jetzt erst mal nur darum dass man die kiste brauchen ich bin doch ich bin doch jetzt gerade da also wenn ich da bin sagt was wir sonst noch braucht dann packt ist nichts konkretes das was platz ist nicht mit das größte problem was ich hier aktuell gerade habe ist wirklich platz ja klar nägel hast du einstecken und zwei bretter kann ich produzieren wir brauchen holz bretter für die kiste und wir brauchen plastik für die kiste und das plastik kann ich bauen aber da hast du gesagt du hast schon mal ein baut ein plastik habe ich da und ansonsten kann ich das hier schon produzieren okay ich noch nicht weil wir die werkbank erst brauchen deswegen was brauchen wir für die werkbank ja den stein hauptsächlich ok alles klar ob die bretterung die könnte ich herstellen gut das wollte wissen dann bin ich dann wieder da ich frage die stein hauptsächlich alles klar ich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gib mir Stoff. Wo ist mein Stoff? Damit wir das Seil produzieren können. Falls das Seil ist, hast du ja schon dritter. Eins. Jetzt müssen wir die Sachen wieder auf die rumliegen. So, jetzt müssen wir drüben noch abbauen. Was habe ich noch an Inventarplätzen? Ich habe noch drei Tablets. Man, Forschungstisch. Mal gucken, was der braucht. Wir brauchen noch sechs Seiler und zwei Holz. Planken hast du mir noch hergestellt. Da habe ich auch noch mal in der Tasche. Du bist nicht. Hast du noch Holz? Also diese Holzbalken? Ja. Da brauche ich zwei Stück. Und die Seile gucke ich mal, ob ich sie herstellen kann. Also Holz benannt, ja? Mhm. Alles drin. So, das brauche ich. Dann brauche ich die Stoffe, damit ich die Seile herstellen kann. Stoff müsste er eigentlich auch drin sein, ja? Das Seile kann man nur noch herstellen. Ich mache gleich mal die 6 Uhr. Das brauchen wir die Stoffe auch nicht. So, das müsste jetzt eigentlich reichen, damit ich den Utility-Forschungstisch basteln kann. Den kannst du irgendwo Eisenplatten herstellen. Dazu müsste man hinten das Teil aufrüsten, da wo man die Bretter herstellen. Scheiße. Ja, das brauchen wir dann. Wir brauchen noch vier Holzbrett und Eisenherz. Ja, das haben wir doch. Ja, eben deswegen ja. Also ich bräuchte jetzt eigentlich nur noch ein Eisenerz und zwei Felsbrocken. Ja, Sekunde. Ähm, Felsbrocken habe ich. So, der ist upgrade. Aber du hast schon upgraded? Ja. Erledigt. Und das Ganze müssen wir nochmal machen. Wir brauchen 8 Ziegel und 10 bearbeiteter Stein. Ziegel haben wir vier. Also Seil und Holz hast du auf die Weise, oder? Also Seil habe ich da. Gut, dann brauchen wir bearbeiteten Stein. Wo können wir den gerade herstellen? Weißt du das gerade auswendig? Ich gucke gerade mal. Bearbeiteten Stein. Das müsste hier eigentlich mit der Bank mit der zweiten Stufe schon funktionieren. Genau. Ziegel brauchen wir einen Ast und einen Stein. Und bearbeiteter Stein brauchen wir Felsbrocken. Und das also bearbeiteten Stein kann ich herstellen. So. Keine Panik, keine Panik. Alles da. Zwei habe ich schon. So, schau in die Kiste. Ah. Meine Escape-Taste. Spinnt. Das haben wir, das haben wir. Das ist genauso wie die Any-Key-Taste, die keiner findet, gell? Richtig. Richtig. Ja, also. Läuft. Die Kiste steht ein bisschen blöd. Ja, das geht schon. Da wissen wir wenigstens, wo sie hingehört. So, wir können jetzt herstellen definitiv Eisenplatten. Da brauchen wir Barren. Für was hast du die gebraucht? Zum Upgrade der Kiste. Unter anderem. Hast du Eisenbarren? Nein, ich brauche Eisenplatten. Eisenbarren habe ich. Ja, ich habe drei Barren. Da können wir drei Platten herstellen. Na, ich brauche aber... Eine Bahn brauche ich. Na gut. Hilft da nichts. Dann... Entschuldigung. Wie viele Platten hast du hier drin? Den Gummiring. Den bräuchte ich noch für ein Upgrade. Ja, im Moment. Lass mich hier mal... Du müsstest jetzt eigentlich auch herstellen können, ne? Ja. Ist ja geupgradet, deswegen kommst du jetzt eigentlich an die Sachen ran. So. Mein Inventar habe ich auch noch kaum Platz. Mal gucken, ob ich das ablegen kann. Seil kann ich ablegen. Die Ziegel tue ich mal wieder rein und das bearbeitete Zeugs. Nägel habe ich noch 31. Das sind jetzt wieder ein bisschen mehr gerade, wie du gesehen hast. Und ich lege mal das Holz rein. Da habe ich erst mal Platz, damit ich wieder Steine holen kann und Holz. Warte mal. Für die Waren brauchten wir doch eigentlich nur diese Nodes. Die müssten wir da... Die... Die... Die Eisenfrocken. Ja, ja. Da haben wir genug, aber ich brauche gerade Äste dafür. Ich habe doch Äste auf der Tasche. Gut. Kann ich das da scheinlegen, wenn ich hier durch bin? Äh... Ich habe hier mal 50. Reichen die? Äh... Ich... Ja, für einmal Upgrade auf jeden Fall. Die Eisenbahnen kann ich... Moment, Moment. Was ist denn das hier für ein Mist hier? Äh... Zwei Eisenbahnen liegen in der Kiste. Ja, da liegen gleich mehr. So. Dann... Äh... Nägel brauchen wir aktuell nicht. Aber das Leder brauchen wir aktuell auch nicht. Da habe ich doch... Nägel brauche ich. Da haben wir aber welche. Wunderbar. So. Kiste wird Upgradet. Da ist sie. So. Das sieht doch schon besser aus. Da kommt noch Kupfererz rein. Die Felspocken. Äh... Ein Stück Eisen brauche ich. Leder und so weiter und so fort. So. Leg mal rein das, was du hast. Da kann ich mich mein Zeug dann einfach mit dazu legen. Was ich jetzt hier eventuell noch ablegen könnte. Das Ganze von den Viechern, also Knochen und dergleichen behalte ich jetzt mal in der Tasche. Habe ich auch noch. Also bräuchte auf jeden Fall erstmal noch... Du kannst mal noch eine kleine Kiste, wenn es geht, bauen. Da müsste man einen Großteil von den Knochenzeugs erstmal unterkriegen. Also das Leder und Knochen, damit man Upgraden kann. Ja gut, wir wollen ja sowieso die Kisten einigermaßen vernünftig platzieren. Deswegen müssen wir mal schauen, wo wir die nächste Kiste hinbauen. Und das Upgraden ist ja dann sekundär. Das machen wir als nächstes. Die anderen Kisten erstmal hier an diese Stelle. Man braucht Plastik, Nägel und Holzbrett. Das Plastik wird wahrscheinlich das größte Problem sein. Ja, obwohl... Wo ließ sich Plastik? Hier glaube ich. Genau. Ne. Ne, an der nächsten. Genau, hier kann man Plastik herstellen. Da braucht man die Plastikstücken und da haben wir ja auch schon ein paar da. Ja gut, aber dafür bin ich wieder nicht hoch genug. Dann lege ich es dir mal rein. Da. Mal die vier Plastik. Dann kannst du das mal herstellen als... Plastik mache ich mal vier Stück. Brennst total durch, alles was du hast. Ist schon. Liegt nur Kiste. Gummi werde ich auch gleich mal durcharbeiten. Klar. Bei dem Rohgummi brauchen wir ja glaube ich so viel eigentlich für nichts weiter. Nicht, dass mir bewusst wäre. Sagen wir es mal so. Wir sollten möglichst schnell noch eine Küche herstellen und dann die Kisten weiterbauen. Küche. Das war Utility Cooking. Küchtisch. Da braucht man zehn Äste. Die kann ich mal rausnehmen. Und zehn kleine Steine. Die kann ich auch machen. Die haben wir alles. Zehn kleiner Steine. So ich mal gerade zusammen. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. 7 Bild das Die Küche setze ich einfach mal rüber. Die wolltest du ja sowieso wieder separat haben. So Küche ist gesetzt. Gut und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Kisten. Ein Plastik, fünf Nägel, zwei Bretter. Die Bretter haben wir hier drin. Nagel, Plastik. Ich mache mal bei der Küche eine Kiste daneben. Da können wir auch die ganzen Obst und das ganze Zeug einsammeln. Da brauchen wir sowieso mehr Kisten, aber grundsätzlich erstmal die Kiste fürs ganze Futter. Wo es vorne runter geht, geht es auf. Das haben wir hier. Das wäre Kiste Nummer eins. Und für die anderen Materialien, für Leder und Knochen mache ich hier drüben jetzt erstmal eine kleine. Wo es runter geht, geht es auf. Da kommt jetzt erstmal das ganze Knochen, Kolumbe und Federn und alles, was wir so haben, kommt hier rein. Sehr gut. Und hier drüben schon wieder kein Platz mehr. Ah, die ist schon wieder zu klein. Das ist fett, muss ich mal rausnehmen. Das tue ich mal mit in die Küche. Ja, da brauchen wir es auch, wenn wir festgestellt haben. Ist ja okay. In die Küche kommt auch das Kraut mit rein. Und dann sieht man Inventar schon wesentlich übersichtlicher aus. Dann kümmere ich mich jetzt erstmal hier drüben in dem Bereich um die Fallen. Dann kümmere ich mich jetzt. Ich würde mal sagen, dass wir um unsere Basis herum ein paar Bäume stehen lassen und das ein Stückchen weiter außen, äh es kommt ein Zombie, ein Stückchen weiter außen dann anfangen zu farmen. So, das wird innerhalb der Basis noch, also die zweite Nacht werden wir mit Sicherheit nochmal bei unserer ersten Race verbringen, das werden wir hier sonst nicht schaffen, ja es könnte dünn werden. Ja, wir müssen ja erstmal zusehen, dass wir die Sachen noch upgraden und dass wir hier einen Zaun rings rum kriegen. Die kleinen Stück Eisen, hast du die? Ah, ne, da ist doch was. Hast du ein bisschen was, hatte ich drauf reingelegt? Ja, ne, ne, das ist schon weg, aber ich habe hier einen riesen Felsen, alles gut. Das muss ich gerade sagen, hier in der Umgebung gibt es eigentlich genügend Eisenfelsen. So, direkt hier vorne an der Basis ist keiner der Inventar, ich brauche die Felsen für die Fallen. So, die 2 ist upgegradet. Ja, hervorragend, hat gereicht. Beide Truhen upgegradet. So, ich gucke gerade mal, was ich für die Fallen brauche. Animal, kleine Tierfalle, habe ich alles dabei, ich kann 4 mal 4, 16, 4 Stück kann ich bauen. Ja, das werde ich auch gerne mal tun. Mhm. Äh, das, Animal, kleine Tierfalle, build. Äh, Tier ist das Haus, dann kommt Falle Nummer 1. Äh, Falle Nummer 2. Falle Nummer 3, Falle Nummer 3, und Falle Nummer 4. So, hier hat ich glaube noch ein Leder dabei, was ich reinlegen wollte, was nicht gepasst hat. Ach ne, ich habe ja das Fett rausgenommen, alles klar. Und passt aus. Dann die Mittelgroße, ach ne, da will ich jetzt erstmal ein Schneidewerkzeug von mir haben, aber ich mache jetzt erstmal kurz die Mittelgroße Falle, damit wir die Tiere rankriegen. Einmal das, und dann, ich überlege mir gerade, ach, oh Gott, da kommt schon wieder einer. Kopfortrad, äh, das, ein Zahnrad, ein Zahnrad müsste ich eigentlich bauen können. Zahnrad braucht zwei Barren. Ähm, es kamen jetzt gerade wieder hier ein paar Zombies daher. Mhm. Soll ich mal, recht großzügig drumherum nochmal ein paar, ähm, na, Barrieren bauen? Du weißt schon, welche du meinst? Ach so, diese. Ähm, ein paar kannst du ja auf jeden Fall schon mal bauen, das ist schon mal richtig. Da wäre es ganz gut, also da brauche ich Seil. Äh, ich habe auf jeden Fall schon mal 303 Blätter, das sind, äh, topel gut. Warte, 10, 30, 30. Aber aus den Blättern kriegt man kein Seil daher. Hm? Aus den Blättern kriegt man kein Seil daher. Ging doch, du kannst das aus Blättern Seil herstellen. Aber da muss man erstmal die Maschine upgraden hier. Die Craft Bench, weil da konntest du Stofffetzen aus Blättern herstellen. Und aus Stofffetzen Stoff und aus Stoff die Seile. Also zum Upgrade hier bräuchten wir eigentlich noch sieben Ziegel. Den Rest habe ich auf Tasche. Ähm, wo siehst du, dass man hier Stofffetzen herstellen kann auf Blättern? Im zweiten, im zweiten Reiter. Achso, ja gut, den habe ich nicht offen. Ne, kann ich auch noch nicht. Äh, da oben stehen Stofffetzen, aber wenn du die anklickst, brauchst du 10 Blätter für Stofffetzen. Ah, ja, ja. Need Upgrade. Okay. Sieben Ziegel brauche ich. Und wir haben aktuell neun, also kann ich es jetzt bauen. Ich kann es upgraden. So, gut sagen. Upgrade ist durch. Wir können Stofffetzen herstellen. Wir können es halt herstellen. Dann los. Äh, warte mal, steck dir mal die Blätter raus, die ich hab. Liegen hinter dir. Da kannst du schon mal, ich denke mal 30 mal müsste es werden, 30 Fetzen. So, wir haben Stofffetzen, dann machen wir Stoff. Puh. Das ist aber ein großer Verlust, der dazwischen ist. Mensch, leck mich doch am Zipfel. Ja, das ist schon ordentlich. Aber Blätter kriegst du ja in Mengen ran. Ah, was wollte ich jetzt herstellen? Und fürs Seil. Jetzt brauche ich ranken. Okay. Ja, das heißt jetzt Farben ohne Ende. Ja, ja. Wir haben es ja 9 Uhr. Und bearbeitete Baumstämme. Ja, gut. Alles klar. Jetzt hilft mir Bescheid. So, ich guck noch mal nach der mittleren Tierfalle. Wobei wir natürlich, wenn wir das schon aufbauen, zuerst mal vielleicht die, uns überlegen sollten, wo wir die normalen Fallen, wie diesen Pendel und den Stempel hinsetzen. Ja, das müssen wir dann, wir müssen erst mal den Zaun bauen, nach vorne, damit wir einen Abstand haben. Das stimmt schon, aber ich muss auch wissen, wohin ich den Zaun baue, dass wir wissen, oder andersrum, wie planen wir eigentlich diesen Stempel oder die Fallen hinzubauen, dass wir den Zaun einigermaßen passend hinbekommen. Hm, wir können ja den Eingang als allererstes bauen. Das mit der Tür war ja erstmal keine schlechte Variante, damit keiner durchkommt. Ja, der Eingang, denke ich, sollte sowieso als allererstes gebaut werden. Also insofern, dass wir die Zombies sozusagen schon ein bisschen dirigieren. Ja, der Eingang, denke ich, sollte sowieso als allererstes bauen. Ja, der Eingang, denke ich, sollte sowieso als allererstes bauen. So, die Frage ist doch, wie weit wollen wir jetzt nach vorne rausgehen? Weil es ist aber wesentlich mehr Platz, brauchen wir eigentlich jetzt nur noch für Kiste. Ja, wie gesagt, die Frage ist gut. Ansonsten haben wir erstmal alles stehen. Also ich würde jetzt, bevor ich die Zäune baue, würde ich fast erstmal überlegen, wo wir die Fallen hinbauen. Dass wir die einigermaßen gut abgesichert haben, auch. So, Kisten kriegt man hier oben auf jeden Fall noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Kisten. Kisten kriegt man hier oben auf jeden Fall nach unten. Also, das durfte erstmal für eine Weile reichen. Trotzdem, in welche Richtung wollen wir die Fallen bauen? Ja, so wie das letzte Mal, so Richtung Land einwärts, vom See aus gesehen. Okay, dann setz doch mal die Base und die Pendelfalle als erstes. Damit ich dann drumherum die Stachelfallen bauen kann. Ich würde sagen, hier haben wir jetzt einen Eingang. Das wäre... Brauchst du eine Base für die Pendelfalle? Geht nicht ohne, oder? Geht nicht ohne, die brauchen wir auf jeden Falle von Delschen. Äh, Zombie geradeaus. Einen habe ich verpasst, da müsst ihr jetzt kommen. Ja, Arschloch. Ja, deswegen würde ich jetzt erstmal schnell, so schnell wie möglich, die Fallen bauen. Und das... Ich glaube, von der Entfernung, wo wir gerade stehen, wäre es vielleicht auch gar nicht schlecht, oder? Ja, deswegen wollte ich gerade mal kurz schauen. Also, nicht so weit vor. Ich würde hier vielleicht schon mit dem Eingang beginnen. Na gut. Und damit wir ja vorne mehr so gerade das Gelände haben, wo man dann halt noch was bauen könnte. Dann stell du mal die Base für die Falle. Ich klopfe mal hier den Stein schnell weg. Damit wir noch Platz haben. Gut, die müssen noch zwei wegbauen. Und dann würde ich zumindest schon mal die Stachelfallen rumbauen. Weil die ja, wie wir wissen, festgestellt haben, doch saueffektiv sind. Also, hier vorne ist das Gelände ein bisschen höher. Das ist aber nicht das Problem. Da können wir ja... Das kannst du ja... Oh, schock mich doch nicht. Oh, das ist ein bisschen schräg geworden. Ich glaube, das brauche ich noch mal ab. Ich brauche einen Hammer. Äh, habe ich einen? Ne. Kann man das noch so? Ja gut, nach wie vor. Man kann es ja wie früher schlicht und ergreifend wegkippeln. Ja gut, baut jetzt zwar ein Stück. Können wir dann nochmal einen Hammer bauen. Das war jetzt nicht so optimal. Ähm... Kraft... Sag doch was! Ich bin da. Hier, kriegst du deinen Hammer. Hammer, 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 Hammer. Wo ist er? Da ist er. Das ist ja der Hammer hier. Sieben, demolisch. Genau. Was, hier, da, Bild, Rohr, Fundamenten, Bild. Und Grenztiefer. Ähm. da war ein schwein und plötzlich hat sich hinter einem toten versteckt und ja gut shit hemmens Das war's. Gut, was brauchst du jetzt noch hierzu? Es ist jetzt die Frage, ob wir noch ein bisschen weiter nach vorne gehen möchten. Naja, gut. Du kennst ja meine Einstellung. Je mehr, je besser. Ja, es kommt drauf an wegen Teilbau. Jaja, klar. Aber eigentlich brauchen wir es nicht. Also von der Länge her. Du wirst ja vorne wieder einen Stampfer hinbauen. Danach den Pendel. So war der Plan jetzt erstmal. Das hat sich ja eigentlich ganz gut bewährt. Genau. Dann kann man vielleicht mit grober Überlegung hinterher nochmal einen Stampfer und das war's dann eigentlich. Ich würde vorne auf jeden Fall vor der Treppe die Schneidwerkzeuge, weil die waren auch sehr effektiv. Die würde ich dann aber, wenn es geht... Die Schneidwerkzeuge sind das Effektivste überhaupt und hier ist er relativ platt. Also das sollte funktionieren. Aber dafür braucht man ja keine Base, die man weiter da vorne ziehen muss. Nein, ich würde jetzt erstmal die Treppen als nächstes setzen. Genau. Wenn die Treppen stehen, dann müssen wir mal gucken, dass wir Fallenmaschinen bauen. Weil wenn ich ein Schneidwerkzeug gebaut habe, bekomme ich auch eine Fallenmaschine als Reward. Das ist erstmal schon positiv. Ja, natürlich. Da fahren wir uns im Prinzip alleine. Das ist schon mal gut. So, jetzt kommt hier erstmal die Treppen ran. Eine Falle ist schon ausgelöst, das ist gut. Bild der Treppe. Da ist noch eine dran. Hier eine dran. Hier eine dran. Und hier eine dran. Dann für die Fallenmaschine, Melee, Schneidwerkzeug brauche ich eine Fallmaschine, zwei Holz und sechs Seil. Den Rest habe ich auf Tasche. Was würdest du denn jetzt vorschlagen? Dann nehmen wir. Okay. Mir geht es nur gerade um den Plan wegen diesen Stachelfallen. Wie sie so schnell reisen. Ja. Jetzt bist du gerade bei mir? Ne. Du bist gerade anders. Ich bin gerade hier am Fallen entleeren. Na gut, dann mache ich das wie ich das meine. Hat ja bisher auch gut hingehauen. Das ist richtig. Das müssen wir dann sowieso probieren, wie die Wegfindung von dem ist. Aber hier vorne die Fallen aufzubauen, so wie du es jetzt im Prinzip gerade schon machst, ist schon perfekt. Damit die dann halt nicht so schnell bei uns in die, also drum herum laufen und die Basis dann halt einnehmen. Das, das, das. Fleisch kommt hier drüben rein. Und das ganze Obst. Okay. Da ist natürlich wieder Saft draußen. Aber diese Stacheln, die sind einfach der Hit, finde ich. Nach wie vor. Also, ich bin immer noch begeistert. Sind ja auch gut. So, Stachelfalle. Auf jeden Fall Bretter, Holz, Seil. Guck mal auf der Fallenmaschine, was die gebraucht hat. Die Fallenmaschine braucht ein Zahnrad, ein Plastik, ein Gummi. Gummi, Wire, Ambo. Da brauchst du noch ein Plastik und ein... Hast du noch Plastik? Warte mal. Wenn ich fertig bin mit dem Baum, kann ich schauen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. So, lass mal schauen. Dann haben wir nämlich alles schon verbraucht. Also wir müssen looten gehen. Ja. Weil ohne Plastik kriegen wir ja die Fallenmaschine nicht hin. Ne. Ich habe nichts und... Ja. Okay. Ich habe nichts und... Ja. Also hier oben gab es eine Straße. Da würde ich dann mal kurz... Gucken gehen, damit ich da ein bisschen Plastik rankriege. Ja. Mach das mal. Kannst du ruhig. Ich werde währenddessen hier mal ein bisschen looten. Ah. Zombies. Mehr als genug. auf, das wärmer. Ja. Na. Hey. Ja. Häh, DU. Da, warte. Ha. Häh, DU. Na, du, Na. Na, du, Na. Ich glaube die Loot-Touren sollten wir gemeinsam machen. Hier gibt es so viele Zombies. Die Zeiten sind hier vorbei, dass man alleine losziehen kann. Das bringt nichts. Die Zeiten sind hier vorbei, dass man alleine losziehen kann. Die Zeiten sind hier vorbei, dass man alleine losziehen kann. Die Zeiten sind hier vorbei, dass man alleine losziehen kann. Die Zeiten sind hier vorbei, dass man alleine losziehen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe wieder einen Eisenstein, den ich nicht abbauen kann. Ich habe einen Eisenstein, den ich nicht abbauen kann. Vielleicht kriege ich ihn ja weg. Gestern hat es auf jeden Fall funktioniert. Eben. Ich sage dir, du bleib da stehen, renn nicht. Genau, der geht nicht. Okay. Okay, da geht es. Wahrscheinlich sind wir ein Problem wieder. Läuft. Läuft. Wann fliegen wir wieder? Das ist eine gute Frage. Update war bis jetzt noch ein zweiter, oder? Nee, aber wir haben es ja seit dem Update, sogar nach dem Update noch nicht mehr geflogen. Also, was mich mal interessieren würde, du hast ja den Voice-Chat auch, den Voice, ja, du weißt, was man, das könnte man mal probieren zu implementieren. Äh, Voice-Attack. Voice-Attack, genau. Gut, da gab es ja im Prinzip jetzt irgendwo eine Information, dass es eingebaut werden sollte, zwecks zur Unterstützung, oder dass Voice-Attack geupdatet wird, diesbezüglich. Also, Voice-Attack wird geupdatet. Weil, das braucht ja das Spiel selber nicht, ähm, implementieren, weil du ja nichts anderes hast, dass du per Sprache in eine Taste drückst. Richtig. Da kam aber nichts raus, aber inzwischen würde ich vielleicht sogar mal mir die Tage morgen mal mir vornehmen, einfach selber was zu machen. Da ist natürlich ein bisschen schade immer, dass du dann keine schönen, ähm, sagen wir mal, Sprachrückmeldungen hast. Hm, ja gut, du brauchst theoretischerweise ein Feedback, damit du weißt, dass die Aktion noch ausgelöst wurde. Ja, das ist das Schönste. Also, programmieren kann man es ja jeder selber. Also, ich kann ja sagen, hier, Fahrwerk runter, dann drückt er automatisch die Taste L, ist ja schön. Aber dann möchte ich halt auch ein Feedback, das kann man hinterher anschauen, aber dafür braucht man halt auch entsprechend hier, ich sag mal, eine Audio-Datei, die ich anschließen kann, die sagen, Fahrwerk runter, kippt den. Ja, sowas in der Richtung. Also, deine Eva zum Beispiel. Genau. Und das haben wir natürlich nicht. Aber trotzdem würde ich gerne wieder mal eine Runde fliegen. Ach ja, Plastik. Wir müssten mal zusammen losziehen, Specs Plastik, weil alleine mit den Zombies aktuell wir, äh, das ist ja dort an. Also, klar. Dann lassen wir die Taschen entleeren. Wir haben 14 Uhr, da können wir noch eine Runde gehen. Da brauchen wir unbedingt Plastik für die Faltenmaschine, ansonsten komme ich hier an der Stelle auch nicht weiter. Gut. Also, sag mir, wohin. Wir brauchen, wir brauchen Autos und wir brauchen irgendeine beliebtige Region. Sonst kriegen wir kein Plastik. Nein, gerade durchs sind noch ein paar Häuser und da sind noch ein paar Zombies. Na, also. Da finden wir noch was. Wir haben noch einen Fuchs. Falls der mal stehen bleibt. Ah, da ist auch noch gleich der erste Zombie. So, Fuchs ist erledigt. Äh, die Sau. Liegt auch. Sehr gut. Dann schieße ich mal den Zombie an. Ich scanne die Sau, verteidige mich mal gerade. Okay. Ich habe hier den ganz gut hingekriegt. Ich nehme mal den Fuchs noch mit. Gut. Ich habe die Sau eingepackt. So. Zwei Meter vor die Tür hat doch schon mal gepasst. Genau, ich nehme mir jetzt ein Eisenfress noch mit. Ist das ein Eisen möglich? Ach. Ach, tatsächlich hinter dem Busch wieder mal. Schön versteckt. So. So. So, 94 Pfeiler. Äh, wo ist die Base? Da vorne. Nehmen wir nochmal. Da ist die Base. Moment. Jetzt, wo du gerade sagst, Können die Marker wieder setzen. Da ist die Base. Also müssen wir die Richtung. Na gut. Hier gibt es auf jeden Fall die Gewächshäuser in den Gewächshäusern gibt es Loot. Das weiß ich auf jeden Fall. Ja, schau mal einfach mal hin. Da vorne haben wir noch ein Zombie. Den sollte man vielleicht eher wegmachen, bevor wir hier reingehen. Ja, da ist Akku und der nächste. Was sind ihre Extreme? Hup, da ist noch einer. Oh, Kopf weg. Da ist etwas kopflos. Ja, kann passieren. Wenn unser Kopflos durchgegenläuft, dann geht es halt schief, gell? So, haben wir auf jeden Fall Gästen drinne. Hier ist Loot. Da muss auf jeden Fall noch Plastik dabei sein. Äh, Nagelholzbrett. Und die nächste Kiste, Nagelholzbrett. Äh, wir haben auch mal Plastik einmal. Ich habe Besuch. Wo bist du? Doch, direkt neben dir. Ah ja. Ja. Da haben wir uns Katana. Da komme ich mal nicht zu nah, weil ich möchte keinen Schaden haben. Kann ich nachvollziehen. Äh, hier haben wir Pestizide oder ist das Pustigießkanner? Das ist Pustigießkanner. Ja, nehmen sie mit. Geht nicht. Also, hier ist Deko. Bin ich im nächsten drin, das ist auch leer. Da ist ein Kisten von auf jeden Fall. Cool. Nimmst du. Ich nehme die nächste Kiste hier. Also, Pfeilmaschine, die eine, die müsste man auf jeden Fall schon mal zusammen haben. Hoffe ich. Äh, Vorsicht hier, äh, wenn es so genauso ist, dann ist hier vorne der Batscher. Genau so ist er. Und der dürfte hart werden. Ja, komm, ran an ihn. Der schmeißt mit Pfeilen. Ist mir egal. Ran an ihn. Ähm, mit Beilen. Komm, leg dich hin. Oh, er hat geschmissen, nicht getroffen. Das ist schon mal gut. Ja, er hat mich getroffen. Ach so, ja gut. Muss man kurz noch unterreden? Ja. Alter, was ist das für ein Stachelschwein jetzt? So, nicht mit mir, du Arsch. Nö, ich habe keinen Schaden genommen. Ich habe ein bisschen Schaden, ich habe auch den Fleisch dabei. Aber, ne, ich habe gar nichts dabei. Ja, ich konnte was geben, wenn es eng ist. Nö, noch geht's. In der Scheine sind auf jeden Fall noch Zombies. So, ich gebe mal hier noch an die, ans Auto ran. Oder an die Autos. Versuchen noch ein bisschen Plastik anzukriegen. Hier noch Zombi. Die schlucken ordentlich in der Stufe, gell? Ja. 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 Die Scheine, die ist richtig befüllt. Die hat es in sich. Das war die Autos hier vorne, hast du schon? Das heißt, hier vorne, also das in der, die zwei Autos. Die beiden habe ich schon. Okay, das war schon wissen. Weil, die habe ich ja erst mal bei außen vorgelassen, damit ich hier den Zombie wegmachen kann. Das war schon. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, die steht hier, die sind beide Akku auf mich, jetzt sind das Akku auf dich, ich möchte aber nicht angehen. Nö, ist okay. Okay, alles gut. Ich habe noch halb Leben. Ich habe gerade gefuttert, aber ich habe nichts mehr zum Futtern hinterher. Ich brauche manchmal auch was Pfeile zu ziehen, weil ich habe nichts mehr einstecken an Pfeilen, danke. Ja, wenn du mir halt genau in die Richtung gerade flitzt. Hier rollt noch ein Pfeil. 38, von 100 Pfeilen, die ich mir ursprünglicherweise hatte, habe ich noch 38. Warte mal, kann ich denn gerade noch welche bauen, weil ich habe auch noch 58. Ja, ich kann welche bauen, ich kann ja welche abgeben. Nee, gebaut kann ich sie selber, das wäre nicht das Problem. Ja, gut. Okay. Das war jetzt bloß eine Feststellung, dass halt einiges verlustig gegangen ist. Ja gut, wenn hier halt nur Stachelschweine rumfliegen. Ja gut, das war jetzt nicht so, dass hier ist. Ja gut, ich habe ja gut. Ich bin hier halt nur Stachelschweine rumfliegen. Ja gut, ich komme zu Sayonan. Ich kann meine tube ausdK 일�ern. Bist du auch etwas dazu. Ja gut, ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Da bin ich mir nicht drin. Und hier bin ich drin. Da bin ich und bin hier drin. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, Reh. Was ist mit dem Reh? Ohhhh. Das war ein Zügenproblem. Das war blöd. Schießt rein. Auf alles, was sich bewegt. Hier vorne haben wir so ein Feuerteil schon rumstehen. Ja, ich habe gerade drei andere, vielleicht kleinere, aber nichtsdestotrotz ich bin beschäftigt. Na jetzt. Ist immer blöd, ich muss mal abwarten, bis ich noch mal schießen kann, ohne dich zu treffen. Ja, klar. Also grundsätzlich ist das Katana nicht der Hit. Das ist einfach zu langwärm. Ja, die Keule auch nicht. Ich habe für die Lady jetzt einen Haufen Zeugs gebraucht. Die Nagelkeule? Ja. Die ist der Hit. Ja, bei der dicken Lady, ich habe ja bestimmt. Ja gut, bei der dicken Lady. Ich habe zwölf einmal draufgeschlagen und einmal auf dich. Bei der dicken Lady, das ist natürlich was anderes. Ähm, so. Ich habe nichts mehr zu fressen, also. Ich würde jetzt auch zurückgehen wollen, weil das Feuerteil hier vorne möchte ich nicht unbedingt auslösen. Ja, komm. Das schaffen wir noch. Ne, ich habe fast kein Leben mehr. Okay. Dann fast. Wir schaffen das noch mit einem Viertel oder weniger Leben. Na gut, dann auf und zurück. Dann ohne mich. Wir können jetzt gerne hier noch an den Häusern... Nein, also entweder gehen wir zurück oder wir looten. Ja, wir können jetzt hier dann hinein. Wir können das mitnehmen. Oh, 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 oh. In der Scheune ist ordentlich betrieben. Wie gesagt, geradeaus zurück. So weit wie möglich. Ich bin unterwegs. Und ich vergeht ja unauffällig. Irgendwo geht es hier runter. Irgendwo hier unten haben wir unsere Basis. So, irgendwo hier. Acht davon. Was heißt Inventar? Hatte ich nicht schon einen Fuchs an Bord? Ich habe einen Fuchs schon an Bord. Also kann ich die auch looten. So. Dann schauen wir mal, dass ich die Pfeilmaschine bauen kann. Plastik, 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 Plastik habe ich eins. Ich gucke mal mit dem Zeug, was ich jetzt direkt an Bord habe. Fallmaschine. Fehlt mir jetzt bloß noch ein Zahnrad. Ein Zahnrad könnte ich bauen, wenn ich eine Metallbarren mehr hätte. Metallbarren kann ich gerade bauen? Nee, brauchen wir nicht. Wir haben 32 in der Kiste. Ich habe vorhin schon vorgesorgt. Zahnrad eins. Fallmaschine. Eine. Weil jetzt Inventar voll ist. Ist ja ein Mist aber auch. Ich muss mal hier kurz ein bisschen Fuchs entleeren. So. Das raus, das raus, das raus. Der Builds. So. Fallmaschine. Und dann brauchte ich für die Falle selber noch. Meli. Schneidewerkzeug. Brauche ich noch drei Seile. Dann kann ich das schon mal bauen. Seile sind Zelda. Und Builds. Das. Mini. Schneidewerkzeug. Wird. Die wollen uns doch verarschen. Das kann ich dir ja vorne wieder nicht setzen. Das ist doch zum Bröckeln. Ja. 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 Das. Das ganze teuer ist ok. Die Vorderwiese gibt es wieder bloß ein paar punkte wo ich das schneidwerkzeug setzen kann. Und das war's. Das ist immer saublöd irgendwo. Hier vorne kann ich ein zweites setzen. Die decken sich eigentlich sogar relativ gut ab. Aber da brauche ich jetzt noch dazu ein Holz und zwei Seile. Ein Holz und zwei Seile. Das Holz ist nicht das große Problem. Das Seil. Ich habe da ein Seil reingelegt. Mehr habe ich nicht. Ein Holz. Seil. Ich habe noch 130 Blätter. Da könnte ich jetzt erstmal noch die Stoffplätzen herstellen. Dann danach Stoff. Und damit Seil herzustellen. Ich habe 16 Seile. Bild das Mini-Schneidwerkzeug. Ach nee. Der will jetzt, dass ich ein Pendel herstelle. Kriegt dafür aber nur 10 Forschung. Ja. Jetzt machen wir einen Pendel oder lassen wir erstmal vorne diesen einen Schneider. Ich würde erstmal Pendel setzen, denke ich mal. Der Pendel, der hat sich ja bisher wirklich als sehr effektiv erwiesen. Dann setzen wir erstmal auf Pendel. Dann setzen wir erstmal auf Pendel. Da brauche ich noch einen. Und der Schneider ist natürlich als solches auch nicht schlecht, weil der hat ja 100 Ladungen. das reicht. Pendel kann ich setzen. Also das Schneidwerkzeug steht ungefähr so ähnlich, wie wir es bei unserer letzten Base hatten. Nur mal so zur Info. So. Das Pendel ist hier auf der Seite. Ah ja, ist es. Den Kompressor lassen wir vorne wieder als erstes. Und davor wieder das Fallbeil. Das stimmt. Ja gut, dann kannst du, wenn wir jetzt schon alles nicht zugebaut haben, dann kannst du ja gleich mal überlegen. Von vornherein über den Gangweg oben zum Nachladen. Dann wäre es aber günstig, wenn man dann vorher erstmal den Zaun bauen würde. Weil der Zaun, nicht dass wir dann den Zaun blockieren mit irgendwelchen Foundations. Na gut, ich würde erstmal die Foundations bauen und dann baue ich den Zaun drumherum. Mal gucken. So, Fundament. Ich brauche Baumstämmer und Ranken. Ich glaube, warum ich gerade hier mit dem Messer unterwegs bin. So, Gummi haben wir hier drin nicht mehr. So, dann stelle ich mal gleich noch die Bastik her. Stoff haben wir ja sonst nicht benötigt, ne? Ja, Stoff braucht man halt für die Seile. Und Seile haben wir momentan viel zu wenig. Aber für die Seile brauche ich auch Haken. Deswegen sammle ich sie gerade. Aha. Hallo. Dopor. Schnell. Ich bin da. Die Hände. 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 So, lass mal gucken, ob wir was zu essen haben. Weil ich brauche dringend kein Upgrade. Da dürften wir gar nicht zu viel haben. So, ich bin auch gleich wieder da. So, lass mal gucken, ob wir was zu essen sind. Vielen Dank. 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 Ja gut, dann wollen wir es. Ja gut. Mal anniversary, Vega, das kann das Aufladen, das Aufladen, das Aufladen, das Aufladen, Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, Kranken habe ich überhaupt nichts mehr. Da kannst du gerade noch bearbeitete Baumstämme herstellen. Nein. Nein, also Bäume holen und machen, meine ich damit. In den zwei Stunden, weil dann könnte ich noch ein paar Zäune hinstellen. Die Leute haben eigentlich die Möglichkeit schaffen, in den zwei Stunden, dass wir hier oben noch die Falken verfüllen können. Ja, okay. Das hätte ich jetzt erstmals vielleicht noch als Prio gesehen. Das kann natürlich nicht ganz verkehrt sein. Hast du noch Anken? Schau gerade, nein, nichts mehr. Shit. Das ist das, was jetzt momentan am meisten fehlt. Ja. Ich kann allerhöchstens jetzt noch in der letzten Stunde hier ein bisschen rumflitzen und versuchen zu fahren. Was man noch bräuchte, wäre halt Bücher. Damit kriegt man auch gleichzeitig die erste mitsamt zum Aufladen. Ja, die haue ich ja gerade unten. Ja. Ja. so ranken habe ich jetzt zu 10 das müsste erst mal reichen für die grundkonstruktion ich habe jetzt gerade auch noch 10 ranken in der tasche klingt erst mal gut mit den stöcken ist eigentlich auch lang zumindest zum nachladen ich bin mir nicht sicher ob die nicht da außen rumlaufen die jungs der streppe bild und dann wollte ich noch stairs brücke und für die brücke brauche ich jetzt noch ein holz das sollte da kein problem sein sollte da sein außer man springt selber in den tod so ungefähr hier haben wir keins mehr holz produzieren habe ich bild der spritz bild wie oft werde ich mir noch unterfallen also noch mal ein spritz bild so sitzt passt wackelt hat luft wir werden sehen also du könntest jetzt von hier oben auf jeden fall die fallen erst mal so weit bedienen das ist schon mal wichtig ja so feiler habe ich aktuell 29 das sollte ich vielleicht noch mal ein kleines bisschen nachproduzieren das ist 56 lasse mich mal sehen ich packe immer noch die äpfel ein und die orangen damit ich mich noch mal hochheilen kann aah das muss reichen das muss reichen pfeiler das muss ich natürlich schon nachproduzieren 89 89 so bist du oben nö ich laufe hier gerade nach außen rum wir haben wir noch eine stunde na nicht mal ne ich komme hoch oder wie gesagt schwer dann hier das teil abbauen wo kann ich mich hin hoffen ach so c äh f debulisch das heißt wenn wir jetzt runterfallen ja am arsch die röbe genau so ist es dann müssen wir vorne wieder durch die frage ist halt für mich gehen die auf das ding hier los dann haben wir kein problem es ist dann im prinzip jetzt dieselbe konstruktion wie bei unserer hauptbasis ja nur dass wir jetzt versetzt eigentlich unsere bude stehen haben dann spielt ja keine rolle die gehen auf uns nicht auf den bude das will ich jetzt eben hoffen weil dann haben wir kein problem dann haben wir das ganze hier wieder ja recht entspannt ich bin hier oben ich habe stöcke in der tasche ich kann nachladen ok wir haben vorne die messerfalle wir haben den stampfer und wir haben das pendel was du von oben auch nachladen kannst äh was schon mal ein vorteil ist äh gegenüber dem letzten mal also wenn da alles durchläuft dann ist das gar kein problem es dürften jetzt auch keine feuerviecher kommen eigentlich ne ich glaube fünfte oder sechste nacht war es sechste haben wir ja gesagt ja es war jetzt jedenfalls so das empfinden dass aller sechs nächte das halt sehr stark zugenommen hat ja empfinden natürlich klar aber würde ich jetzt einfach mal so unterschreiben nach dem gefühl her also die zweite nacht sollte man jetzt hier gerade überleben und dann kann ich da vorne meine zäune wieder aufbauen und da kann man das ganze auch vernünftig einzäunen genau also schauen wir wie effektiv wir jetzt im prinzip schon den zweiten start gestartet haben auch wenn es jetzt normal modus ist die erste base haben wir glaube begonnen da haben wir drei nächte haben wir oder drei tage haben wir an der base gebaut bevor wir dann dort die ersten fallen hatten jetzt haben wir den ersten tag gebraucht für die erste basis den zweiten tag für den anfang jetzt wir wussten halt wohin ja ja gut das ist jetzt der unterschied bei dem anderen musste man natürlich erstmal suchen und erstmal erforschen und die karte ich darf da muss ich zu weit rein laufen weil da ist ja keine treppe also ich denke mal als nächsten tag sollten wir uns auf jeden fall erstmal darauf konzentrieren dass wir die wände setzen wir müssen das irgendwie eingrenzen genau wir müssen die wände setzen weil das erstmal das wichtigste ist die starren fallen sind gut das ist richtig aber solange wir keine wände haben spielt das erstmal keine Rolle das heißt wir brauchen seile wir brauchen stöcke und wir brauchen raum stämme die jetzt nicht das große problem sind die so ist hier vorne durchgelaufen geht das ding nicht also ich habe jetzt schon einmal nachgeladen ich habe jetzt bloß geschaut ob das messer funktioniert das war jetzt wichtig damit die vorher noch mal schaden kriegen das eventuell der stampfer schon ausreicht also ich bin hier oben am nachladen wie ein verrückter und ich sterbe ja gleich soll ich zu dir kommen oder das problem ist dass die teilweise hier durchkommen aber nachladen ist wichtiger ich glaube dass die hier teilweise durchkommen war mir klar aua dass sie durchkommen jetzt momentan noch war mir schon fast klar das ist ja noch nicht die perfekte Situation hier hast du was der futtern dabei nicht das sagt halb leben aktuell gehen stück zurück da habe ich dir was selbst zu essen hingelegt das kann ich doch nicht der wort die foundation aktiv das muss man dann von unten holen ich habe aufgeladen kommen wir zurück ob es jetzt nehmen kann da geht nichts wird bei mir der foundation aktiv und ich kann nur sagen upgrade ok ich habe noch riegel gefunden bei mir im innen tag gerade die hat sich irgendwie ignoriert das mit ihr auch haben ich habe hinter dir wenn du unterspringt liegt im gras das essen da kannst du wieder aufnehmen brauchst du jetzt erst mal nicht mehr ich habe noch ein riegel bei mir gefunden im inventar ich habe es gemacht fast du brauchst und deswegen bin ich vorne rumgelaufen dass wir die treppe hat ein bisschen was abgekommen aber die kann man dann reparieren so die welle müsste gleich kommen jedenfalls von der zeit her direkt 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 da ja alles gut wäre nicht so prickelt gewesen wenn die kugel von oben gekommen wäre das war kurz davor ich habe das berühmacht ich habe jetzt die tür zugemacht doch und schon läuft der außenrum die blöde sau so jetzt müsste als nächstes eigentlich die große welle kommen oder ich habe die tür noch offen schauen zu Not zu Not die hero die Prayer habenRay Sie die n wir die 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 oder die die Ich habe noch ein bisschen mit Pfeilen unterstützt, das müsste es aber gewesen sein. Piece of cake. Alles gut, hat funktioniert. Also noch gehts. So, Inventar ist voll, da müsste ich mal kurz entleeren gehen, bevor ich die Pfeilen auflade. Ha, da sitzt noch einer drin. So, soweit eigentlich alles im grünen Bereich. Haben wir schon mit Zink gesammelt? Hab ich gemacht. Wäre ungünstig gewesen, weil wir das Inventar weg, was wir aktuell noch brauchen. Ja gut, aber ich habe es gehabt und ich wollte es nicht wegschmeißen. Aber wir brauchen es ja momentan noch nicht, hätten wir uns decken lassen können. Gut, das noch weg, was haben wir noch? So, was brauchen wir für die Wände? So, ich brauche nach wie vor eine Menge Seine. Für die Spikes da. Wir brauchen erstmal Wände. Die Spikes sind erstmal Lebenssache, die müssen uns erstmal abkanzeln, damit die uns hier nicht die Bude einrennen. Ja gut, die Wände brauchen die auch Seine. Ich darf gerade mal gucken. Diese Wall. Ist das die normale Wand gewesen? Oder... Ach ne, das war ein Fenster, die Schutzbauer. Die braucht drei Seile und vier verarbeiteten Baumstamm. Gut, Baumstämme hole ich gerade. Also das mit den Seilen hast du recht, da haben wir auf jeden Fall ein absolut großes Defizit. Ja, definitiv. Seile haben wir aktuell 20, also es reicht für ein paar. Ja, aber nicht um uns einzugehen. Ne. Stoff habe ich doch da. Hier haben wir noch 52 Stoff, also Seile kann ich erstmal noch ein bisschen produzieren. Dann mach mal. Stoff fetzen... Davon können wir grundsätzlich gar nicht genug werden. Stoff kann ich herstellen. Und Seile brauchen wir Ranken. Und für Ranken hat man ja auch schon 39. Seile... 39 Stück. Und liegen in der Kiste. Wir haben 59 Seile aktuell. Viel zu wenig. Also wir brauchen hauptsächlich Blätter und Ranken. Das wäre so das Wichtigste. Ich arbeite dran. So wir blättern Ranken. Ich würde mal sagen hauptsächlich erstmal... Wischefarmen. Bei Holz kriegt man dann relativ zügig ran, weil du brauchst ja dauernd dieses verarbeitete Holz. Ja, aber das sind ganz normal, mal schnell irgendwelche Bäume abholzen und gut ist. Da kommen natürlich auch Äste und Ranken raus. Aber... Nachdem die Bäume ja die sind, die nicht respawnen, wie wir schon festgestellt haben... Das ist ein bisschen gefährlich. Ich nehme jetzt hauptsächlich erstmal Büsche, damit ich die Banken zusammenkriege, um... Ja, ich bin auch dabei. ... die Pfeile noch zu bauen. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich werde mein Messer mal noch upgraden. Damit das Bücher abbauen schneller funktioniert. Weil wir haben aktuell Kaninchen da und wir haben aktuell Fuchs da. Klebeband kann ich produzieren. So, Kaninchen, wo bist du? Das ist Schweiben. Kaninchen und... Kaninchen und Fuchs. Und... Fuchsknochen. Dazu brauche ich noch ein Klebeband. Das macht man aus Gummi. Haben wir keine Gummiringe mehr? Ach doch! Hab ich. Hab ich auf Tasche. Hat nicht mehr reingepasst. Ein Klebeband. Ein Klebeband. So... Das Messer. Kraft. Das Messer. Kraft. Inventory voll. Dann kommt hier erstmal die Plastik rein. Die brauche ich jetzt dafür nicht. Und die Bachern kommen rein. Das Seil habe ich auch gerade wieder reingedeckt. So... Messer 2. Kraft. Ich brauche dann für die dritte Stufe Brauchen Blacksmith Junior. Ah, den kann ich sogar lernen. Den habe ich. Hat bloß 20 Punkte gebraucht. Hat bloß 20 Punkte gebraucht. Los geht's ... Los geht's! ... ... Was? genau ranken habe ich aktuell 16, das könnte 16 seite sein 89 seite, wir bräuchten jetzt dann eigentlich neben den ranken auch ja, verdammt ja, verdammt Die ersten Palisaden könnte man theoretischerweise mit den Seilen schon bauen. Ja gut, das kommt jetzt auf dich an. Du wolltest ja erstmal die Wände bauen. Äh, die erste Wände meine ich ja. Damit die Palisaden effektiv sind, muss der dann doch schon ein paar mehr bauen, also die Stachelfallen. Ja gut. 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 Wenn wir jetzt nämlich die Wände bauen, können wir es wahrscheinlich auch relativ schnell upgraden, wenn wir dann in Richtung Stein gehen müssen. Bär, Bär, Bär. Ich habe einen Bärin hinter mir. Ich komme zu dir gelaufen. Ich komme zu dir. Meine Ausdauer ist weg. Und noch habe ich nicht getroffen. Ich komme zu dir. 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 Bin ich einmal in der Küche und dann bin ich tot? Ja. Was ist los? Ich bin von einem Bären. Warum? Wo kommt der her? Ja, ich war beim Farmen, dann ist er mir hinterhergerannt. Ich schreie Bär und Avia ist nicht da. Also hast du ihn einfach mal zu mir geholt? Hat er sich das nächste Opfer geholt, aber das hat einen Vorteil. Du bist jetzt an der Alpbasis, kannst der Welt noch Dinge mitbringen, die man dort nicht mitbringen kann. Das stimmt, ja. Ich packe mal alles ein. Ich hoffe, du hast dann auch irgendwo im Kopf, wo meine Leiche liegt. Und die liegt direkt vorne auf der Treppe. Na gut. Auf der vordersten Treppe beim Schneidewerkzeug sozusagen. Jan, zum Herkot, wie kommt der an der da hin? Der läuft da hoch. Der nimmt genau die gleichen Pfade. Wie die Zoppis auch. Na gut. Ich habe alles eingepackt, ich komme mal zurück. Genau. Das müsste reichen, wir haben es 5 Uhr in der Früh. Logisch. Nein, ich wollte mir nur eigentlich gerade bei den Russen machen. Und war dann, habe dann in den Kühlschrank geschaut und plötzlich waren da so Pilze wieder mal und ein bisschen was zu essen und ja, da habe ich gerade ein bisschen was geschnippelt. Aber ich merke schon, war ein großer Fehler. Nein, das ist ja. Vielen Dank. So, wo sind meine Überreste? Wie gesagt, vorne auf der Treppe liegt der Koffer. So, wo sind meine Überreste? Ach ja, ich habe gestern noch mal kurz meinem Kumpel das Spiel hier gezeigt, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Und da war ich nach Tag 1 sozusagen, also im Tag 2 und bin nur drum gelaufen und habe mal so ein bisschen gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Und was landet da nicht gerade neben mir auf der Wiese? Sag mich ein Adler. Ein Adler. Leck mich noch an den Säckel. Also, das erste Mal, dass ich einen gesehen habe. Willst du dann wieder ein Korbier alle? Würde ich jetzt einfach machen, ja. Wegen Essen kochen? Ja. Das macht ja ein bisschen, oder? Dann könnten wir die größeren Fleischstücke dann mal zubereiten. Weil dazu müsste man im Prinzip die erste Stufe erstmal haben. Ja, dafür müssen wir aber erstmal natürlich unsere Küche aufklären. Ich glaube, das müsste mit Stufe 1 auch funktionieren, oder? Was genau funktionieren? Also... Ja, wenn du jetzt bei Forschung den Gourmet gelernt hast, müsstest du eigentlich die größeren Fleischstücke schon herstellen können. Also ich kann nicht... Das Abkreuz war ja nur für zusätzliche Speisen. Ich kann die größeren Fleischstücke, das kannst du auch sowieso jetzt momentan herstellen. Ne, ne, ich nicht. Ich kann bis zu den Kleinen. Mehr kann ich nicht machen. Warte mal, ich habe Gourmet hergestellt. Die größeren kann ich nicht produzieren, die Schweinehaxen zum Beispiel. Den Food Researcher. Ja, doch. Das müsste bei dir auch gehen. Ne, wir müssen schlicht und ergreifend das Ding upgraden. Wenn das mit der Upgrade reicht und man da keine weitere Forschung benötigt, dann geht das ja. Weil erstmal kannst du alles herstellen, was ich auch herstellen kann. Also ich konnte die großen Fleischstücke zum Beispiel nicht verarbeiten. Ich konnte auch kein Gewügel gegen und die kleinen Stücke. Ah, okay. Die großen Stücke konnte ich nicht. Ja, die kann ich. Okay, dann kannst du ja noch ein bisschen was zentraten. Ja gut, in der Kiste daneben sind erstmal die kleinen Gerösteten. Die bereite ich mal vor, dass wir uns mal hier soweit wohlfühlen. Habe ich. wie üblich wir brauchen mehr kisten das leitliche problem für die für den fans die schutzmauer brauchtest du bearbeiteten baumstamm und seide genau seide brauche ich baumstamm erste habe ich 100 also ich könnte ich könnte jetzt 50 bauen wenn ich die seite und die baumstämme dazu hätte baumstämme ist kein problem die seite brauchen jetzt seile haben wir hier in der kiste aktuell 149 ich schaue gerade wenn du die rausnimmst kann ich dir auch den bearbeiteten baumstamm noch einlegen da haben wir wunderbar also bearbeiteten baumstamm so noch 58 noch ist jetzt immer noch moment ja ich hatte vorerst extra von 78 gut das ist doch mal ein anfang ich denke mal damit kann man was anfangen dann würde ich sagen da wo ich jetzt hier die hier gemacht hat würde ich hier rechts und links mal weiter rausziehen war es noch die wende ich ja ganz einfach mal unsere schutzmauer hinbauen jetzt verstehe ich ja irgendwann noch upgraden damit wir vorher fest sind und da brauchen wir die schutzmauer ja alles klar alles klar deswegen gott ich die spikes erstmal noch von der priorität ein bisschen nach hinten schubsen nene da hast du natürlich noch recht so alter feiler für die wand fehlen mir holzbretter und normales holz die wand ja das ist doch der fans schutzzaun bei fans und dann hast du die schutzmauer die schutzmauer braucht genau bearbeitet das holzbretter und zeit ich bin bei b ja nun da oberste des volks holzbren aufs unterste wir wollen ja keine gebäude band bauen sondern wir wollen ja einen zaun bauen also ich denke wir reden jetzt aneinander vorbei wenn du unter b wenn du unter b gehst ja ja hast du mini range animal und special richtig ja ja warte mal du bist woanders du bist bei fallen du musst ganz oben klicken beim häus ja eben ja und da kann ich auf wall klicken ja nicht auf die wand die wand ist fürs gebäude du musst unten auf fans drücken nach die schutzmauer ist ja jetzt gemeint ich okay da brauchen wir genau das was einstecken hast okay dann ist jetzt die frage wo stellen wir sehen wo fangen wir an wir wollen wahrscheinlich wieder hier wo du jetzt gerade steht genau also hier im prinzip dann diese richtung so da anfangen oder genau das sieht doch gut aus und die müssen wir dann halt irgendwann mal noch abreden damit wir dann halt für die sechste nacht dann müssen wir die abreden von 15 verdammte axt das kann passieren die kurve zu eng nimmt ja oder wenn man vergisst dass man schon was hingebaut hat das natürlich auch ja gut hier die rechte seite die ist ein bisschen weit weg aber das kommt denke ich mal keiner durch das ist abstand aber das kriegt man schon kann es aber mal kurz von oben schauen war von der tür aus dass sie sagen können ist bis zum abstand aber wie gesagt wenn du einen bauhammer post falls du noch mal ansetzen willst den habe ich ja okay nee das passt schon wir kriegen das ja sowieso guck mal von hier das meinte ich diesen abstand zwischen foundation und wand ja okay ah ja okay jetzt ja doch komm bevor ich weiter bau mach das schön gibt den hammer her wenn schon mach mal hübsch da ist und die fallen hier ja du kannst ja währenddessen auch material anschaffen ich wollte das mal gucken dass man die große tierfalle noch bauen können ich würde jetzt auch nicht zu breit gehen also maximal von deiner position aus dann noch ein zweiter wenn wir es dann neu gebaut haben würde sagen zwei weiter und dann ist gut jetzt warte mal dass man wir haben jetzt 1 2 3 also das werden fünf mal fünf dann fünf breit ist okay oder das reicht auf jeden fall aus dann haben wir auf jeden fall bessere chancen dass wir den sound zeitig zu kriegen hört sich doch gut an ich gucke mal nach der animal trap nach der mittelgroße was wir dafür noch brauchen da habe ich eigentlich fast alles auf tasche bis auf den draht bleiben wir schnell da dass du siehst wachen gehen mal kurz hier zu mir wegen visuellen dass man zwei leute haben ja gut ich sehe es ja erst wenn das gebaut hast das ist ja aber deswegen warte ich ja bis ich baue bis du da bist das passt das ist klar dann machen wir 1 1 moment bleib noch schnell da ich guck mal von der basis aus 5 5 5 ist okay und dann fangen dann reicht es oder wasser da würde ich dann hier unten die bäume noch weg machen weil die würden dann stören eventuell ne ist okay gut nur das weiß jetzt muss ich jetzt schnell auf der anderen seite schauen wie weit ich da eigentlich bin also ein ausbau vom haus mit wänden und so weiter und so fort würde ich erstmal noch abwarten weil das erstmal für uns keine richtige rolle spielt du machst mich fertig das ist doch das schönste an solchen spielen überhaupt aber du hast da leider recht jetzt ist den zaun die brauchen wir als material ist erstmal du hast ja leider recht so und jetzt gehen wir hier haben wir gesagt direkt runter also machen würde ich auf jeden fall aber dann heißt es schon später so im prinzip auch der steg hinten zum see raus den möchte ich auch gerne wieder haben toll läuft so gut aus eben nicht weil jetzt passt es nicht mehr das leidliche problem was wir schon hatten geht aber immer noch wenn wir jetzt die eine noch irgendwie hinkriegen wenn es halt auch ein kleines bisschen schräg ist das hat ja bei der anderen auch nicht anders funktioniert das ist halt nicht immer so funktioniert wie man es gerne haben möchte so was brauchte ich jetzt noch zum bauen von der mittleren mittelkurs ich brauche noch aus das zahnrad dann kann man die schon aufbauen zahnrad fertig mittelkurs ist jetzt hinten wenn man von welches umziehen wollen und bevor ich mich da ewig beschäftige gehe ich mal auf die andere seite weil das kann man notfalls mit den spikes zu machen das wird auch funktionieren sicher da können wir dann in die ecken dann unsere türme wieder setzen wo man dann ja gut würde ich vielleicht eher so machen wie ich es beim letzten mal gemacht habe dass wir hier oben mit nach hier vorne ist ein lück wo 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 hier ich habe keine lücken ok dann der hat nicht ganz geschnackelt jetzt noch mal gucken ob ich die treppe kurz setzen kann damit wir hier auf jeden Fall erstmal hochkommen ja das geht hm Hilfe warte vier 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 japan vier mal kurz ne scheint erst mal ruhig zu sein gerade ich guck mal ob ich noch eine zweite von diesen mittelgroßen bauen kann weil die waren ja dann doch sehr effektiv das heißt noch ein kleines fleisch und zahnrad dann kennt man auch noch eine bauen jetzt ist schon wieder einer da ich hab doch grad geschaut die alte Das mag sein, er ändert aber nichts an der Tatsache, dass der da ist. Herrgott, was für ein Arsch. Kann ich jetzt an dich bauen? Das sieht so aus. So, der Zaun ist auch dicht vorne. Sieht gut aus. Ich hab grad schon mal einen Blick geworfen. Jetzt hab ich kein Material mehr. Das kriegt man aber bis zur nächsten Nacht noch hin, weil wir haben es erst 9 Uhr glücklicherweise. Ja, bearbeiteten Baumstamm baue ich. Und seine. Ja, das ist ja kein Problem. Genau. Baumstämme hole ich gerade mal. Auch wenn du uns gerne im Wald haben willst. Ich brauche den Baum. Zahnradverhaft. Zahnradverhaft. So, wir haben jetzt zwei mittelgroße und vier kleine. Das dürfte erst mal reichen, damit wir uns mit Fellen und Knochen und Fleisch versorgen können. Und dann gehe ich nämlich jetzt mal wieder auf Sammeln. Ach ne, ich mach erstmal beim Haus noch eine zweite Drette, damit wir hier vorne hochkommen und hier schneller rauskommen. Ach ne, mach später. Wir kommen hoch. Zaun ist erst mal wichtiger. Oh. Irgendjemand hat hier einen Pfeil in zwei Bäume gehackt. Ich hab bestimmt eben um einige Male daneben geschossen. Mhm. Da geht mir nicht anders. Weil der war ein bisschen flieg unterwegs. Also wenn wir einen Zaun heute noch fertig kriegen sollten, wäre ich dafür, dass wir noch eine kleine Loot-Tour machen, um noch ein bisschen Forschungsmaterial heranzukriegen. Also Forschungspunkte. Ja gut, die werden wir unbedingt brauchen. Die Forschungspunkte. Ja, jetzt am Anfang sind sie noch relativ rar gesät. Vielleicht braucht man Baumstämme und Weile. Ja, sind wir schon dabei. Ja, nix. Ja. 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 No, Ja. Ja, ich muss nun gucken. Vielen Dank. So, mein Inventor ist voll. Mal schnell hier unten rumlaufen. So, Seil. Dann werden wir mal ein paar Stoffhetzen produzieren. Dann werden wir ein paar Stoff produzieren. Dann werden wir ein paar Seile produzieren. So, Seile liegen in der Werkbank. Aktuell sind es 27 wurden. Okay, das kriege ich jetzt hier. Ne, 47. Brauchst du noch bearbeitet, Baumstämme? Grundsätzlich auf jeden Fall. Weil wir müssen ja noch die Spikes rundherum bauen. Ja, dann mache ich den noch 31 fertig. Liegen auch auf der Kiste. Nur kriege ich gerade hier Das Ding hier nicht weiter. Ah, ich brauche noch zu viel. Sieht aber erstmal ganz gut aus, muss ich sagen. Okay. Jetzt habe ich kein Material mehr. Ja, woran fehlt es? Welches Material ist es, was mir fehlt? Jungs, sagt es mir. Also an der Stelle. Wer arbeitet an der Baumstamm? Okay. In der Kiste liegt alles. Ja, ja. Ich. Das ist ja gut zu wissen. Nur wollte ich halt erstmal wissen, was überhaupt ich brauche. Ist beides drin. Wer arbeitet an der Baumstamm? An welcher Kiste? Der hier. Okay. Ja, ich kenne dich ja. Ich wollte nur... Wir haben ja noch keine andere Kiste zum Bauen. Also eine Special Kiste nur fürs Baumaterial. So, dann erst mal gucken, dass ich hier noch was essen machen kann. Ah ja, ich versuche das mal mit den Großen. Ob ich das bauen kann. Oder ob ich es zubereiten kann. Also das gute Fleisch kann ich noch nicht machen und nicht verarbeiten. Und die Schweinefüße kann ich auch nicht verarbeiten. Okay, das kann ich aber machen. Das liegt dann wahrscheinlich wirklich an... So. Gary, was hältst du davon? Mehr kann ich nicht machen. Also hier auf der Seite sieht es auf jeden Fall gut aus. Schließt ja komplett mit dem Wasser ab. Und auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich dann Probleme geben. Ja gut, das mache ich jetzt mal mit Freihand. Also nicht anschließend. Vielleicht kriegen wir noch eine hin. Ansonsten müssen halt die Spikes hin. Ja, also wenn noch eine hingehen würde, wäre es natürlich fantastisch. Ja, ich schaue mal gerade mal. Wenn Schutzmauerbild... Ah! Hier. Perfekt. Also besser geht es nicht. Wollte gerade sagen, besser geht es noch kommen, oder? So, kommen jetzt mal die großen Fleisch kommen wieder zurück. Drei kleine liegen noch drin. Ich habe auch noch ein bisschen was dabei. Ja, dann sind wir da erstmal gut aufgestellt. Ja, dann kannst du dich jetzt an der Stelle mit deinen Spikes austoben. Weil brauchen wir, haben wir sie auf jeden Fall. Die waren sie ja doch schon sehr effektiv. Das ist ja ungefähr das Beste, was wir überhaupt bisher hatten. Ja. Okay, dann fehlt uns wieder Material. So, wieder der Baumstamm. Na gut. Axt in die Hand und los geht's. Richtig. Also, wer gibt's. Was ist das? Was ist das? Wir packen wieder Schuss, ok. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, du hast jetzt aber in der Bude keine Türen nach vorne raus aufgemacht, oder? Momentan noch nicht. Also es gibt momentan noch keine Treppe vorne raus, aber das können wir ja gerne unterändern. Ja gut, für mich geht es halt nur um die Frage, ob man da, so hatte ich zumindest den Eindruck, damit nicht die Jungs irgendwie steuert. Was meinst du jetzt mit Treppe raus? Weil wir haben ja theoretisch eine Treppe raus. Nein, wir haben ja, hier haben wir jetzt unseren Ding, ja, der geht da rein, aber an unserer Bude als solche selber, ja, obwohl, ist wirklich wurscht. Da haben wir ja nichts nach vorne rein. Geht, das war nicht mal nach vorne, da wollte ich aber mit dir noch absprechen, ob wir dort an der Stelle noch eine Foundation-Reihe hinsetzen oder ob wir es lassen. Du kennst mich doch, größer ist immer gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Davon habe ich ja sowieso schon Munition einstecken Aber nützt mir ja aktuell nicht viel So, jetzt habe ich nämlich auf Tasche, was ich raus kann Ein bisschen Eisensteiner, kann ich die unterbringen Das passt, das passt Dann hätte ich hier oben noch ein bisschen Spaß aus der Tierkiste In deiner Falle liegt gerade so ein Re Ja, das habe ich auch schon gesehen Wollte ich mir gerade holen, aber ich hatte nicht mehr genug Hätten mehr Tauplätze Ich habe kein kleines Fleisch Insofern habe ich gerade Ich hatte hier ein Irgendwas auseinandergenommen Genau, passt Und hier hinten haben wir auch noch ein Reh Ach nee, das ist ein Wolf Oh, da fehlt mir jetzt wirklich das kleine Fleisch Da müsste jetzt einer der kleinen Pfeil erst mal auslösen Kein Fleisch Ja, geröstetes Habehammer da Super, läuft Da haben wir auf jeden Fall gelocht Das ist richtig Ja, genug ist übertrieben Ich wollte gerade sagen Also das ist sehr relativ Genug kann man gar nicht haben So, Stofffetzen Benzin kann ich nicht mit rein Plastik kann man rein Gummi kann mit rein Die Samen brauche ich So, das sieht soweit gut aus Dann gehe ich nochmal zwei Minuten in die Küche So, komm gleich No, erst wenn Sie mit Ihren Töten Ich mache bitte Vielen Dank. 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 Ich bin echt der Held. Vielen Dank. Tja, das geht manchmal nicht so, wie man möchte. Ja, das Sösschen wird ein bisschen kühl. So, anyhow, wo sind wir jetzt? Was müssen wir machen? Was müssen wir machen? Ja, das ist ja, das ist, Das war's. 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 Dierchen weg. Zwei große Fleisch. Dann wollte ich noch die Kaninchen. Wie viel haben wir da eigentlich aktuell? Acht Stück. Das ist ok. Da kann ich auch gleich mal einen Fuchs noch mit einpacken. Und hol mir noch ein Klebeband. Da brauchte ich noch Gummi. Wo ist der Axt? Holz voller Axt. Kraft. Holz voller Axt. Kraft. Und für die nächste Stufe reicht es natürlich nicht. Wir haben noch 20 Füchse. Da kann ich theoretischerweise meine Spielzeit auch noch mal durchgrafen. Kraft, du mal durch. Dann fange ich auch irgendwann mal an. Ja. Für die ersten zwei Stufen hast du auf jeden Fall das Material hervorrätig hier drin. Ich habe jetzt meine Axt, meine Spitzhacker und mein Messer aufgewertet. Dann komme ich mal zurück und schauen, was ich machen kann. Da ist er. Da ist er. So, ich schläge mal Tiersch zurück. Eins, zwei, drei, vier. Und den Gummi noch zurück. Ich mache jetzt einfach mal so. So. Für das Klebeband. Genau. Bogen auf 2. Axt auf 2. Picke auf 2. So. Dürfte dann alles ein bisschen effizienter funktionieren. Stück Eisen fehlt mir. Für alles. Stück Eisen müsste hier eigentlich. Nee, geht hier nicht drinnen. Nö. Ich nehme mal das Stück Gummi raus und tue mal Eisen rein. 20 Stück drinnen. Und produziere mal den Gummi durch. Den brauchen wir eh. Und den Plastik kann ich auch gleich herstellen. Plastik. Fertig. Gummiring. Fertig. Fertig. So. So. Müssen wir bauen. Schauen. Kann ich noch die Kiste herstellen. Das war glaube. Bildmenü. Utilities. Lagerkiste. Eine Plastikkunstnägel. Zwei Bretter. Eine Plastikkunstnägel. Zwei Bretter. Eine Plastikkunstnägel. Da. Dann baue ich uns hier oben wieder mal die Kiste hin zum Aufladen der Fallen. Ich habe mittlerweile so viele Stöcke. Ich muss mal ein bisschen was loswerden. Das war ein Bogen kann ich nicht upgraden. Weil? Ja. Weil ich es nicht gelernt habe. Ähm. Ne. Einen Bogen müsstest du ja dann auf Stufe 3 bringen. Und für Stufe 3 brauchst du den äh. Entsprechenden. Wie gesagt. Den Skill habe ich halt nicht gelernt. Das ist richtig. Aber wird das sowieso nicht funktionieren. Weil wir haben kein Wildschwein. Noch nicht. Das bräuchten wir noch. So. Und dort. 256 haben wir jetzt. 254. Holz. Äh. Äh. Äste haben wir schon oben drin. Das noch mit rein. Plastikkunstnägel. Geht wieder zurück. Nägel wieder zurück. Nägel wieder zurück. Das sieht das mal gut. Ah. 16 Uhr. B-Live haben wir es 18.43 Uhr. Wann ist denn dein Essen fertig? Ähm. Ähm. Du. Je länger es rum so zu köcheln, desto besser. Also ich bin deswegen jetzt nicht hier im Stress. Ja. Mir geht es bloß darum, weil ich nochmal einkaufen wollte. Ja. Und die haben ja heute bloß bis 20 Uhr geöffnet. Das heißt, ich müsste jetzt so mal innerhalb der nächsten halben Stunde würde ich mich dann mal auf den Weg machen. Na gut. Dann wäre ja eher die Frage, ähm. Ist dein übliches 20 Uhr Ende vom Tag, oder? Ja. Wenn ich wieder da bin, können wir gerne noch ein bisschen was machen. Deswegen die Frage. Jaja. Bist du heute nach 20 Uhr noch verfügbar, oder eben nicht? Ja, sicherlich. Das passt schon. Gut. Gestern ging es ein bisschen lang, da haben wir bis halb zwei gemacht. So. 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 Kaninchen lege ich mal wieder rein. So. Das. Äh. Das kleine Fleisch, wenn es geht, mal noch nicht durchbraten, oder mindestens zwei Stück auf Vorrat lassen. Naja. Wegen den, ähm. Wegen den großen Fallen. Ja. Es funktioniert jetzt noch nicht ganz so effizient, wie bei uns in der alten Base, dass die kleinen Fallen genug Zeugs liefern, damit wir die großen bedienen können. Gut. Dann waren wir ja auch ein Stück weiter. Ja gut. Da hatten wir auch sechs kleine Fallen. Die hatten wir wahrscheinlich noch ein kleines bisschen ausgelöst. Aber wir haben ja die andere Seite auch noch Platz. Hast du irgendwo noch, da ist noch das Seil. Ja. Ich habe noch Bretter auf Tasche, die ich reinlegen kann, stehe ich gerade. Ja. Dann machen wir es mal. Äh. Es waren immerhin 42. Äh. Ansonsten habe ich hier nichts weiter auf Tasche. Ich brauche bearbeitete Baumstämme. Äh. Weil wenn du möchtest, lege ich dir mal ein paar Forschungspunkte rein in die Kiste. Mhm. Da kannst du dir mal diesen ersten Porto holen mit den zwölf weiteren Inventarplätzen. Das wäre nicht die schlechteste Version. Ja. Liegt in der Kiste. Das sind jetzt paarunddreißig, kostet bloß 25 Forschungspunkte. Gut. Moment. Da habe ich jetzt nämlich auch gerade schon mal die nächsten zwölf mir angelacht. Deswegen war ich gerade auf Tour und habe eben die Forschungspunkte herangeholt. Weil das war nämlich auch eines der Ziele. So, ich würde sagen, in der Viertelstelle bin ich noch da. Dann kannst du eventuell, wenn du möchtest. Oh, schon ein abgecreatedes Foundation-Teil. Wie cool. Ja, das direkt vor der Tür. Das war mir wichtig. Weil das hat uns ja als erstes, war das, was als erstes gebrannt hat. Da hat es uns den ersten Feuerzeugen auch mischt. Und ich weiß jetzt nicht, wie es die Tür upgraden, falls die... Nein, die ist noch nicht ohne. Weil die war ja auch noch aus Holz und die Foundations links und rechts. Aber das macht man nach und nach. Wir haben jetzt erst Nacht frei. Also ich denke mal, wir hatten noch ein, zwei Tage Zeit. Ich hoffe, weil ansonsten momentan noch keine Chance für irgendwas. Ja, ist doch richtig. Aber es ist gut, dass du jetzt schon anfängst. Weil dann haben wir dann zum Schluss nicht so viel Stress. Allerdings könntest du jetzt hier hinten doch noch eine Treppe hinbauen. Ja, doch. Wo gehen? Ja, ich dachte hier. Aber da geht es ja auch hoch. Das passt schon. Wir können da auf jeden Fall noch eine Treppe setzen. Das ist kein Problem. Also das mit den zwei Brecken, das war schon okay. So, da hole ich mir das kleine Fleisch mal raus. Da kann ich die Falle gleich nachladen. Da hat es doch gleich perfekt funktioniert. Die brauchen wir hier drinnen nicht. Aber das große Fleisch kann rein. Samen nehme ich mal hier mal raus. Wo hattest du die Forschungspunkte hingeklatscht? Du hattest auf jeden Fall 21 Forschungspunkte in die Essenskiste gepackt. Warum auch immer. Jetzt haben wir da 53. Gut. In die Essenskiste ja gut. Die werden geschluckt. Ist doch logisch, oder? Ähm. Okay. Ähm. Da waren jetzt auch Knochen und Leder drinnen. Okay. Ähm. Ja, wir brauchen mehr Kisten. Wir müssen das besser unterteilen können. Können wir aktuell schon. Also hier vorne passt ja eigentlich alles in die aktuelle Kiste rein. Ich will nicht, dass alles in eine aktuelle Kiste passt. Sag mal. Ich will, dass eine Kiste für etwas da ist. Ich meine, das Tier des Tierzeugs passt alles aktuell rein. Leder und Knochen. Bei dem Tier passt es, ja. Die habe ich ja extra auch abgerailt. Ja. Aber ich habe gerade Leder und Knochen in der Essenskiste gefunden. Deswegen der Hinweis. Das weiß ich ja nicht. Obwohl Leder und Knochen, ja. Also Leder weiß ich nicht, aber Knochen, ja. Für ein Säschen. Äh, ja. Das könnte passen. Fallen sind wieder aufgerüstet. Dann kommt hier das Zeug noch rein. Das Fett kommt drüben rein. Auch das kleine Fleisch. Ja, siehst du, das ist alles zu wenig hier im Platz. Was kostet mich denn die nächste Kiste? Ein Plastik, ein Brett und Nägel. Äh, zwei Bretter und Nägel. Zwei Bretter, fünf Nägel, ein Plastik. Hammer auf jeden Fall da. Das mit dem Plastik bin ich mir nicht sicher. Hammer, ja. Bretter haben wir da und Nägel haben wir auch da. Deswegen habe ich vorhin die Nottour gemacht, damit ich die Plastik noch mit dran kriege. Dann baue ich hier jetzt einfach mal ganz frech eine Kiste daneben. Weil das nervt mich. Ist doch absolut korrekt. Da kennst du dann vorne dein, ja das, das Ausbau Zeugs, was man da, die Kiste, die wir hatten. Also Beton, äh nee, Zement und das ganze Zeugs. Ja gut, soweit sind wir noch nicht. Jetzt müssen wir erstmal das normale da hinbringen. So. Die ist da. Kann man die auch schon upgraden. Eisenbahn, Gummiring und Eisenplatte. Äh. Eisenbahnhammer, Gummiring, Eisenplatte, ja gut, können wir gleich aufbauen. Perfekt. Ja, das passt doch. So. Von den Materialien her habe ich auch genug da. So. Einmal. Ähm. Von den Kisten, die du jetzt gerade baust, welche würdest du dann für Munition sehen? Weil ich habe hier zwei Slots belegt mit Munition und kann sie jetzt aktuell eh nicht nutzen. Ähm. Sag's mir. Mir ist egal, also wir können jetzt eine von den. Nö, das ist ja egal. Wir haben jetzt erstmal Kisten gebaut, dass wir Platz haben. So. Alle drei sind upgradet, dann nehmen wir doch gleich die ganz rechts, oder? Ja. Da habe ich jetzt schon eine 51 Munition drin. Riebe. Das passt. Dann haben wir doch zumindest mal einen Anfang. Dann. Also Molotow drinne und äh 51 Magazine. Äh 51 Schuss. Na also, läuft. Das passt. Genau. Und die Kiste, die wir jetzt hier wieder aufbauen, da machen wir dann eine Trettung zwischen Obst. Und äh, also zwischen fertigen Zeugs und Zeugs zur Vorbereitung. Genau. Im Endeffekt werden es drei Kisten natürlich. Ja, ist richtig. Aber vielleicht reicht es gerade auch noch. Da bin ich jetzt einfach mal zu frech und probier's. Jupp. Kann auf jeden Fall nicht schaden, weil dann kann man mit freiem Inventar hinverschieben. Eher gut, ähm, Platz brauchen wir immer, gell? Oh ja. Hey Palme, grüße. Palme, grüße dich. Es lebt. Äh, wenn Palme schreibt Hallo Gary, kann es wieder sein, dass du über einen Stream nicht zu hören bist? Nein. Die steht einfach auf dich. Ich bin da außen vor. Ne, ist jetzt die Frage, weil manchmal kam es ja schon vor. Ja, das muss das Palme gleich sagen, aber bei mir ist eigentlich alles online. Ja, ich krieg's auch nicht mit. Ja, gut. Wie läuft's? Wir haben hier neu angefangen. Das Ganze mit normalen Schwierigkeitsgrad ist natürlich dann halt schon eine Steigerung. Was heißt hier neu angefangen? Wir sind ja eigentlich, wie angekündigt, heute auf den Community-Stream. Also jeder darf rein. Wir haben unseren alten Spielstand schon noch offen. wobei ich gestehen muss, ich würde dem fast so weitermachen. 18.19 Uhr haben wir die Nachricht von Palme übersehen. Sorry. Was? Ja. Ja. Da waren wir wahrscheinlich. Amir wahrscheinlich noch Küche. 18.19 Uhr. Aber ich sehe ihn beim Chatverlauf gar nicht von dir bei mir. 18.19 Uhr. Ja. Ja. Vertieft im Spiel auf jeden Fall. Ja. Ja. Genau. Wir sind vertieft. Dann ist die Nachricht da. Okay. Irgendwas klopft doch da gerade, oder? Ja. Ich freue mich. Achso. Du bist es. Gut. Ja. Wir haben jetzt hier in dem Spielstand richtig Gas gegeben. Also wir haben jetzt gerade die zweite Nacht hinter uns. und haben sozusagen die erste Base schon gebaut, also die erste für die erste Nacht. Und sind jetzt hier schon wirklich so weit, dass wir ab der zweiten Nacht bei der neuen Base bleiben konnten. Das hat man bei dem anderen Spielstand, ich glaube, nach fünf Tagen erst erreicht. Ja gut, das ist natürlich alles Erfahrungsgeschichte auch, gell? Ja, eben deswegen ja. Die Mondstage gemacht haben. Die Lernkurve war sehr steil. Ja. So. So. Ich baue jetzt dritte mal noch die zwei Treppen. Eine nach vorne raus und eine nach vorne direkt an die Kampfbasis. Damit man dann halt direkt hoch gehen können. Ja, ich habe mal die Futterstation hier soweit richtig gebaut. So. Und dann. Start gerade schauen. Wir brauchen Pfeil und Baumstämme. Wir können wieder gewisse Büsche nicht abbauen. Ja. Nehmen wir halt andere. Ja, wir sind auf jeden Fall schon einige Male öfter gestorben als beim anderen Spielstand. mal direkt. Ja gut, wir haben jetzt aber auch den Schwierkeitsgrad hochgestellt. Ja, ja. Das. Warum ich nicht weiß, warum wir das überhaupt gemacht haben. Tut mir immer noch weh. Aber gut. So. Ist wie es ist. Wo ist denn verdammt nun mal, wo ist meine Axt hin? Ich habe halt meine Axt aus Versehen auch schon mal fallen lassen. Aus welchen Gründen auch immer. Was ist denn für ein Kack? 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 Ja, du müsstest mal schauen, wo du zuletzt warst. Äh. Ich schaue gerade die Kisten durch. Ich hoffe gar nicht. Das kann sein, dass er in der Kiste liegt. Oder bei mir ist es passiert, dass die Axt aus dem Inventar gefallen ist. Alter Falter, wir müssen uns mit den Kisten hier einfallen lassen. Es liegt wieder an das Querum. Da fehlt mir das kleine Fleisch. So. Das rein. Das, das, das. Das. So. Die Axt ist weg. Naja gut. Die Holzfäller Axt ist ja recht schnell hergestellt. Aber warum zum Henker habe ich die verloren? Wie gesagt, bei mir ist sie aus dem Inventar gefallen. Die lag dann einfach auf der Wiese. Ähm. Du kannst jetzt gerne mal hier rundherum die Wiese anschauen. Ich habe keinen Bock das Ganze zu suchen. Ne. Ist jetzt die Frage, wo du jetzt zuletzt gearbeitet hast und seitdem du das vermisst. alles innerhalb unseres Gebietes aber. Ja. Stachelfallen gebaut oder? Ne. Mir ist gerade aufgefallen, dabei wo ich Stachelfallen bauen wollte. Ja. Wie gesagt, das war ja ne. Ungegradet der Axt oder sonst was. Die baue ich mir halt schnell. Aber ich wundere mich gerade. Schwierigkeitsstufe haben wir aktuell auch normal. Genau. Ja. Achso, das erste was wir ja versucht hatten. Der erste Spielstand war ja peaceful. Und so friedlich war der ja eigentlich gar nicht. Und danach gibt es leicht und danach gibt es eben normal. Ja. Und jetzt. Ja. Werden wir gleich sehen. So. Hier haben wir das Fleisch drin. Haben wir noch ein Stück Eisen bei uns zu Hause? Werde ich dir gleich sagen können. Wir haben keinen Eisenbaden soweit ich das jetzt sehen kann. Stück Eisen habe ich noch 22 auf Tasche. Würde ich mir aber gerne behalten wegen Pfeile bauen. Ja. Ansonsten müssen wir noch ein bisschen auf Jagd gehen. Und gleich können wir noch ein paar Eisensteine klopfen. Ja gut. Warte. Ich brauche ein Stück Eisen um überhaupt eine Axt zu haben. Das hilft mir alles nichts. Ich habe drei Stück in die Kiste gelegt. Also damit kannst du auf jeden Fall erstmal eine Axt craften. Ja. Das würde mir reichen. Ja. Ist okay. Danke. Okay. Ah, da-da-da-da-da-da-da. Ich hab das Eisen wieder in die Kiste drin, gell? Ja. Also, wenn du's benötigst. Aktuell nicht. Das passt. Das ist bloß die Frage, wie man das verfahren, weil wenn ich jetzt einkaufen gehen würde, wärst du ja zu Mitternacht auf dem Gehen ein bisschen. Ja gut, also, sobald du raus bist, werde ich hier erstmal eine Pause machen, weil wir werden, also ich werde hier das Ganze nicht allein machen. Ja, eben, deswegen ja. Das ist bei mir ungefähr eine halbe Stunde, 40 Minuten ungefähr, dann bin ich wieder da. Da kannst du ja in der Zwischenzeit dein Abendmahl genießen, wenn's schon fertig ist. Das wird erst mal vorbereitet. Ah, okay. Also, wenn ich sowas mache, dann dauert es schon, ja. So, nächste Kiste steht direkt daneben. Hm, cool. Jetzt wüsste ich gar nicht, was ich reinigen soll. Ach doch. Ja, ja, jetzt lass uns mal überlegen. Die eine geht so als Fertigmaterial, das andere als Zwischenmaterial oder irgendetwas. Na gut, Baumstamm. Aber zumindest haben wir es mal. Ja. Ich hab erstmal einen Baumstamm reingelegt und, äh, Stein. Also einen kleinen Stein. Hilft auf jeden Fall erstmal das Inventar wieder ein bisschen zu bereinigen. Genau. Das ist ja das Richtige. Ja, was gibt's denn bei dir, fragt gerade Palma. Äh, was es bei mir gibt, ähm, ich mach mir gerade, ich hab heute endlich die, ähm, Pfifferlinge, die frischen gefunden. Ähm, jetzt wird, wird gerade nebenbei hier der, ähm, Speck angeschwitzt. Und dann machen wir eine Pfifferlingrahmsoße, ja, zum Nudeln. Also relativ einfach und schnell. Allerdings schnell natürlich nicht. Die Soße dir ist das Wichtigste. Also Pfifferlingrahmsoße. Wie gesagt, ich will Pfifferlinge heute ganz frisch gefunden. So. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das hier am besten aufteile. So, da können wir uns noch was überlegen. Also ich würde mich jetzt erstmal kurz ausklinken. Wir haben es jetzt 21 Uhr. Ich hab eine Munition schon hergestellt. Äh, dass wir dann für einen Angriff auf jeden Fall piste sind. Ähm, Äste zum Aufladen sind oben in der Kiste. Falls sie noch drin sind. Da schau ich grad mal hoch. Ach, da oben hast du ja auch schon, da hast du die Kiste gebaut. Da war ich jetzt. Ja, 250 müssten drin sein. Das passt. Ähm, gut. Da oben müsste man eigentlich noch Steine rumpacken. Und Holz. Für die späteren Upgrades auf jeden Fall. Na, ähm, wegen Reparieren zwischendurch. Aktuell für die Sachen brauchst du ja nur Äste zum Reparieren. Die Steine wäre ja dann nur fürs nächste Upgrade. Für die, na gut, ist egal. Ähm, für die Wände und dergleichen, was du hast, sind ja die schon brauchbar. Macht aber nichts. Ähm, jetzt lass mal so. Ja. Dann setze ich mich jetzt auch mal ganz kurz. Timel. Auch für dich. Wir speichern aber schnell. Und Quick Save. Ganz wichtig. Äh, nicht Quick Save. Ganz im Gegenteil. Wir machen mal den Community Save. So. Auch wenn sich keiner gehört hat heute. Haha. Vielleicht kommt ja noch jemand. Ja, irgendwie komisch. Ohne Community Ankündigung was mehr, gell? Mhm. So, dann machen wir eine Pause. Alles klar, dann geh ich mal raus aus dem Game. Wird da nichts übrig bleiben, nachdem ich gestorben hab? Hm? Wird da nichts übrig bleiben, nachdem ich gestorben hab? Das ist richtig. Ja, dann würde ich dann erst mal einkaufen gehen. Und wenn ich wieder da bin, melde ich mich dann gleich wieder. Genau. Und. Wir werden in der Zwischenzeit mal das Dual Universe wieder anschauen. Ja, kannst du machen. Vielleicht gibt's ein Update, kann man ja auch noch ziehen. Danke dir, dass ich es darf. Haha. Kann man ja noch ziehen. Haha. Nicht darf man ja. Alles klar. Genau. Dann sage ich mal, bis gleich. So, dann machen wir das mal. Ja, Moment. Erst mal in die Küche springen. Das Süßchen weiter bereiten. Das Süßchen weiter bereiten. ja. Genau. Ja. Sście这里 so zumachen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.